Das Ding ist, wenn wir nach ihm machen, dann auf jeden Fall auf Wiedergabeglindlichkeit 1,25. Nicht 1, sondern 1,25. Blitt gestört. Nichtsdestotrotz, wir haben heute wieder ein etwas ernsteres Thema. Das heißt, heute drehen wir Erkenne den Terroristen V2. Und diesmal werden wir es so machen wie bei Erkenne den Mörder V2, dass wir nicht alle Personen hier stehen haben werden, sondern die Kandidaten werden alle nacheinander reinkommen. Und wir werden dann schauen, okay, stimmt das, stimmt das nicht. Aber wir werden jetzt nicht direkt urteilen und sagen so, ey, du laberst gerade scheiß, zur Seite mit dir, weil es ist halt ein sehr, sehr ernstes Thema und es ist eine echt tragische Geschichte dahinter. Und Freunde, wie ihr wisst, das Ganze werde ich heute nicht alleine machen, sondern ich habe mir wieder mal Special Guests eingeladen, die mir dabei helfen sollen, den echten Terroristen zu finden. Und aus dem Grund würde ich sagen, bitten wir diese Special Guests einmal bitte lauuh! Oh mein Gott! Gott, Tyler, was geht? Alles gut? Ja, mal bei dir. G-Head, was geht, Bro, was geht? Alles gut? Alles gut? Das ist dein Ernst, Habi. Setzt euch, setzt euch. Okay, warte mal. Wer sind jetzt die Special Guests? Gäckig. Beschreibung. Die Geile, das heißt... Machen wir einfach mal weiter. V4, Bro? V4, Bro, ja. Findest du diese neuen Getränke? Krass. Ist auch nicht mit so viel Kulensäure, ne? Ich sage dir so, die schmecken einfach nach Chemie, die Dinger. Baller, die schmecken einfach nach Chemie. Ich habe das getrunken, ich habe das Gefühl gehabt, es ist einfach ungesund. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas zu euch nehmt und ihr wisst, ist einfach, das ist ungesund. Genau so ist es mit uns bei den Getränken auch. Alles gut. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben heute eine Special-Folge. Wir drehen heute Erkenne den Terroristen V2. Das ist ein ernstes Thema, so, weißt du? Das ist ein echter Terrorist. Ist der oder war der? Ich weiß das selbst nicht. Okay, wir machen lieber langsam, weil so langsam habe ich das Gefühl, Kollege sitzt dort in der Jury. Jenny, kommt gleich ein echter Terrorist rein, weißt du? Deswegen will er nicht, dass wir jetzt so großartig... Sonst ist es ja immer so, alles ist sehr humorvoll, weißt du? Wir lachen und sagen, ey, du laberst grad Scheiße, raus mit dir und sowas, weißt du? Aber jetzt ist ein ernstes Thema, deswegen, das möchte der nicht, verstehe ich auch. Deswegen machen wir ein Special-Ding. Er kommt rein, erzählt seine Geschichte. Ja, wir raten dann am Schluss. Wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir auch gar nicht groß rum. Ich bin gespannt. Wir bitten den ersten Kandidaten einmal bitte, bitte rein. Achso. Die ermutmaßliche Handlung mit Organen serbischer Gefangener in Kosovo hat den Weg... Juh, diese Stimmen sind immer so gruselig, Alter. Stell dir vor, du hast einfach Alexa und die geht nachts einfach an mit dieser Stimme. Bruder, ich wüsste auch ernst. Ich wüsste nicht, was ich machen soll. ...Gerheitsrat beschäftigt. Und nicht Spoilern-Chat, ne? Ganz, ganz wichtig. Sonst haben wir ein dickes Problem. Allige UJK-Mitglieder wie serbische Gefangene getötet worden sind. Das ist er. Bevor man ihnen die Organe entnommen habe. Spannend, dann fang mal an mit deiner Geschichte. Ich bin Nassmir, 23 Jahre alt. Wie soll ich anfangen? Es hat alles angefangen im Jahr 2009. Da war ich 10 Jahre alt. Das Ding ist, mein Verdacht immer dieses... Das ist immer zu auffällig. Weiß ich meine, das ist zu dieses Überspielte. Du willst gerade einfach nur die Spannung noch spannender machen, weißt du? Und ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann ein bisschen zu aufgesetzt ist. Mit meiner Mutter, meinem einen älteren Bruder in den Kosovo abgeschoben. Als wir in Kosovo angekommen sind, war es erst mal ganz normal. Also, was heißt ganz normal? Das ist natürlich ein anderes Leben. Ich war auf deutsche Kultur, deutsche Freunde und so weiter eingestellt. Da ist halt die Welt um 360. Junge, ich bin so ein Holzvogel, ne? Weil ich habe einfach Reaktion wieder vergessen hochzuladen. Mein Gott, das geht ja schon früher, als ich dachte, los mit Vergesslichkeit. Perfekt. Gerade als Zehnjähriger fällt es einem sehr schwer. Naja, ich habe da sehr viel gesehen. Und irgendwann, als ich dann 13 war, ist dann ein sogenannter Schlepper angekommen, den mein Vater hier aus Deutschland bezahlt hatte, um uns nach Deutschland wieder zurückzubringen. Das Problem dahinter war, es gab nur zwei Plätze, aber wir waren zu dritt. Und der Schlepper hatte aber eigentlich mein Vater versichert, dass wir alle drei Plätze haben und halt wieder zurück herkommen nach Deutschland. Ganz kurz, was ist ein Schlepper? Malach, wo ist jetzt so eine Frage gekommen, ne? Schlepper ist doch, soweit ich weiß, das. Das ist einfach ein Typ, der sich bereit erklärt, Leute quasi von A nach B zu fahren. Sprich, die Leute, keine Ahnung, aus der Türkei als Beispiel jetzt mitzunehmen nach Deutschland. Der ist ein Mann, der dich... Der fährt sich von A nach B so. Ja, also der bringt dich, wo du hin möchtest, bringt er dich illegal. Dann kam halt der Punkt, wo wir uns entscheiden müssten, zwischen mir und meinem einen älteren Bruder. Das Ding ist, ich dachte immer, ich bin der ältere Bruder. So vom Gefühl her, weil er etwas zerbrechlicher war. Ich war ein bisschen dicker gebaut und so weiter und so fort halt. Und meine Einschätzung war dahinter halt, okay, ich lasse ihn den Vortritt und ich warte halt auf den nächsten Zug so gesehen. Ja, gesagt, getan. Meine Mutter und mein ein Jahr älterer Bruder sind dann hierher nach Deutschland gekommen. Ich bin dann bei meiner Stiefoma noch geblieben im Kosovo. Das war genau zu seinem Kosovo in Norden, Nähe Mitrovica. Es ist bekanntlich, dass da sehr viele Radikale auch mit dabei sind. Da ich zu einer Minderheit gehöre, der Roma-Community, gab es auch eine Community da, die auch gegen die anderen gekämpft hat, sage ich mal. Irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich angesprochen wurde. Als 13-Jähriger hast du eine andere Wahrnehmung. Du möchtest was anderes, definitiv, als das, was ich getan habe. Bro, sorry, meintest du nicht 10? Nee, ich wurde mit 10 abgeschoben, aber ich wurde dann mit 13 drei Jahre im Kosovo leben dort. Achso, du hast da drei Jahre gelebt. Da war ich schon drei Jahre da. Wie lange warst du insgesamt in Kosovo? Vier Jahre insgesamt. Auf jeden Fall, mir wurde halt das gegeben, was mir einfach gefehlt hat irgendwie. Das sogenannte Familien-Dasein, die Liebe, die Zuneigung überhaupt, dass irgendwer wirklich auf dich 100% achtet und der hinter dir steht. Und du für dieselbe Sache mit der Person kämpfst auch. Es war halt nämlich auch so, es gab eine komplette Gruppierung und in der Gruppierung gab es immer wieder Zweiergruppen, die aufeinander aufpassten mussten, wie ältere Bruder, jüngere Bruder. Ja, auf jeden Fall. Okay, das geht schon langsam in die ernste Richtung, Digga. Lass dir Zeit, Bruder. Kennt ihr die Leute, du sagst denen, lass dir Zeit und die lassen dir wirklich Zeit? Es vergeht zwei, drei Tage und so. Egal, lass dir Zeit. Ey, auf Ernst, wenn er das jetzt ist, dann nehme ich auf jeden Fall alles zurück. Deswegen kann ich auch nicht in der Jury sitzen, Digga. Ich bin so ein Typ, ich muss bei sowas immer lachen, Digga. Nicht, weil ich ihn auslache, sondern ich muss in ernsten Situationen einfach lachen. Und wenn ich dann vor Ort bin, Digga, dann kann ich mir das Lachen nicht verkneifen, Digga. Ich bin echt ein Teufel eigentlich. Auf jeden Fall. Alles gut, wenn es dir schwerfällt zu reden, kannst du dir ruhig zeigen. Nein, es ist genauso gottlos, man sieht doch dieses Lächeln, dieses, weißt du? Also alles gut. Boah, heftig, Alter. Schon schwer. Du hast gerade erst angefangen, ne? Sehr schwer. Boah, in so einem Alter, dass du dich komplett alleine fühlst. Guck mal, wenn wir uns jetzt in diesem Alter alleine fühlen, wir wollen gegen zehn Wände rennen, weißt du? Und das in diesem Alter, wenn du keine Zuneigung bekommst, wenn du keine Liebe bekommst, wenn du das Gefühl hast, du bist so komplett allein, das ist krank. Dass sie ihn jetzt noch verfolgt, ist krass. Es ist halt dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich dann eine sehr schlimme Sache tun musste. Es gab halt immer wieder so Vorbereitungen und so Training, in welcher Situation du wie du reagieren sollst, halt, ne? Was war das für ein Training im Detail? Naja, also als 13-Jähriger bist du halt nicht mehr so agil, nicht so schnell, du musst flink sein. Flink für was? Denn abzuhauen auch, wenn es hart auf hart kommt. Wie gesagt, die ganze Vorbereitungen liefen. Vorbereitungen wie Sprengstoff an Grenzübergängen zwischen Kosovo und Serbien. Schmuggeln wie Waffen, Nahrung, was ganz normal ist, auch über Wälder. Was ich mich jetzt frage, wie siehst du das heute? Hast du immer noch ein feindliches Bildding gegenüber? Nein, also definitiv nicht. Nein. Natürlich gibt es immer irgendwelche schwarze Schafe irgendwo. Wie kam da der Wandel? Dazu komme ich gleich noch, wie der Wandelgang kam. Auf jeden Fall wurde mir und meinem sogenannten älteren Bruder dann gesagt, hey, ihr müsst jetzt da hingehen und das machen. Sein jüngerer Bruder ist fortgegangen, ne? Nein, ich bin der jüngere Bruder. Mein älterer Bruder ist mit meiner Mutter hierher schon mal gekommen. Das sagen wollte, wir sollten zu den Grenzübergangen von Nordkosovo, also von Raschka. Überlegt mal eigentlich, guck mal, das Video geht eine Stunde zwölf. Da sind ganz, ganz viele Schnitte dabei. Das heißt, das Rohmaterial ist deutlich länger. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die das nicht streamen, weil es einfach, wie sagt man, das heißt nicht machbar wäre, aber da muss halt dementsprechend viel raus. Vielleicht hängt man zu sehr an einem Thema und kommt nicht weiter. Und wie sie schon meinen, deswegen ist es natürlich geschnitten dann immer flüssiger, aber es ist halt auch eine Stunde zwölf, ne? Und wir sollten da einen Anschlag an die Polizei zufügen halt. Wir sind dann da hingefahren. Ich sollte, da ich flinker war, dann da hingehen und alles erstmal abschicken, ob die Sachen auch noch da sind. Ich war da, ich hab's gesehen. Ich hab mein Gesicht gesehen. Von wem? Von den Polizisten. Drei wurden verletzt und einer hat's nicht überlebt. Mich würde jetzt interessieren, was habt ihr denn gemacht? Naja, wir haben Waffen geschmuggelt, Nahrung, Bomben, Menschenteile. Also Körperteile. Für? Es gab auch Verbindungen zur OJK. Das sind sogenannte Freiheitskämpfer im Kosovo. Was hat es jetzt mit den Körperteilen auf sich? Naja, diese Körperteile waren sehr wertvoll. Immer wenn wir die geliefert haben, haben wir auch Geld bekommen. Auf jeden Fall hab ich... Hey, überleg mal, was alles so abgeht auf der Welt, ne? Und wir kriegen gefühlt nichts davon mit. Es gibt Leute, die streamen und gucken sich solche Videos an. Und es gibt Leute, die schmuggeln einfach Körperteile von A nach B. Bruder, wer kennt's nicht? Ich bin dann zurückgelaufen und während ich zurücklaufe, waren immer wieder so KFOR-Stützpunkte. KFOR heißt Kosovo Force. Das sind NATO-Mitglieder in Deutschland, Frankreich, Amerika und so weiter und so fort. Sind dafür zuständig, dass im Kosovo, dass da alles geregelt wird halt. Weil, wie man ja schon weiß, im Jahr 99 gab's ja den Kosovo-Krieg. Und die NATO hat dann auch Serbien bombardiert und Teile Kosovos. Und da gab's dann immer wieder Übergriffe, Kidnapping und so weiter. Und die KFOR war nur dafür da, dass in Kosovo Ruhe herrscht. Also so, dass die Serben und Albaner sich nicht bekämpfen. Als ich dann zurücklief, hab ich dann gesehen, wie ein KFOR-Helikopter gerade landet. Das war eigentlich immer so das Zeichen, dass wir's abbrechen sollten. Letztendlich war mein sogenannter älterer Bruder schon abgehauen. Hat mich da alleine wieder zurückgelassen. War Ihr Mann an der Stelle? Ich wusste jetzt nicht, was ich tun soll. Naja. Ich hab mich auf jeden Fall für das Falsche entschieden. Was war das Falsche? Ich hab die Bombe gezündet. Es war ein Krawall, alles Mögliche. Ich weiß nur, ich hatte sehr ein Piepen im Ohr. Ich bin dann einfach gelaufen. Ich bin einfach gelaufen. Was hast du alles, sagen wir mal, weggesprengt? Die Grenze. Waren da auch Autos ganz normal? Da waren auch Autos, ja. Da waren auch Autos. Und der Helikopter war in deiner Nähe? Ich hab ihn gesehen, wie er gerade gelandet ist. Wie soll ich das erklären? Die Grenze, wenn sie jetzt hier steht, braucht der Helikopter einen sogenannten bisschen Platz mehr. Und die Grenze ist zwischen Bergen gewesen. Eine Frage. Warum gibt es nicht Masken? Dazu komm ich noch. Auf jeden Fall. Ich hab mich für das Falsche entschieden. Und in dem Moment dachte ich, ich hab keine Ahnung, wie viele Menschen umgebracht. Nach einem stundenlangen Gehen auch, bin ich dann irgendwann wieder auch zurück angekommen. Ich hab immer wieder halt gesehen, wie der Rettungswagen und so weiter in der Richtung immer hingefahren sind. Also ich meine, einen kleinen Jungen, mitten auf der Straße glaube ich kaum, das war dann jemand irgendwie für sowas verdächtigt. Wurdest du trotzdem befragt? Ja, ja, wurde ich. Und wie haben die dich gefunden? Im Wald einfach? Nein, nein, nein. Ein bisschen später auch. Okay. Aber dazu komm ich auch noch. Wie gesagt, ich bin dann irgendwann angekommen. Und hab dann nur diesen sogenannten älteren Bruder da gesehen. Und der hatte so eine Verzweiflung im Gesicht. Ich weiß es nicht, wie man sowas erzählen kann irgendwie. Ja. Zeiten vergingen. Ich wurde älter. Ich hab ein bisschen mehr daraus gelernt. Ich hab versucht, immer wieder da auszusteigen. Sehr schwierig. Hast du zu dem Zeitpunkt dann trotzdem noch was gemacht? Anschläge oder sowas? Nie wieder. Mit 15 hatte ich dann den Entschluss zu sagen, ich muss hier weg. Selbstverständlich denkt ihr euch irgendwie, da war ja noch eine Mutter. Ich hab ein bisschen gebraucht, um mit meiner Mutter noch überhaupt reden zu können. Sie hat immer wieder versucht, irgendwie mich zu erreichen. Aber ich konnte ihr irgendwie nicht in die Augen schauen. Bro, sowas ist auch halt schon nicht normal in Anführungszeichen, ne? Also da würde ich mich auch auf jeden Fall stehen für. Letztendlich dann hat mein Vater dann wieder ein bisschen Geld gemacht hier in Deutschland. Hat dann den Typen, der meine Mutter und meinen einjährigen Bruder geschickt hat. Nochmal geschickt. Also nochmal geschickt halt, um mich dann hierher zu bringen. Ich bin dann in diesen Kombi eingestiegen, sind erstmal losgefahren. Über die kosovarische, montenegrinische Grenze. Und da aus dann weiter zur Grenze von Montenegro und Serbien. Also die Grenze in Nisch. So bin ich dann erstmal nach Serbien angekommen. Ja, von da aus hat er mich, sag ich mal, rausgeschmissen. Und hat zu mir gesagt, geh deinen Weg. Ich hab eine Frage. Ja. Die müssen doch Angst haben, dass du jetzt wegfliehst, weggehst. Weil du hast Informationen. Du hast wichtige Informationen, oder nicht? Der kann doch nicht einfach so weg. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich da weggehen konnte. Die möchte ich besser nicht erzählen. Was ich mich jetzt nochmal frage ist, könntest du vielleicht mal drauf eingehen, wie dann letztlich wirklich der Wandel kam? Was jetzt der Grund für dich war zu sagen, okay, ich mach jetzt bei dem Format mit. Was ist deine Message quasi? Was würdest du den Zuschauern jetzt mitgeben? Die Message dahinter ist, dass gerade die junge Generation, die heutige Generation, sehr stark beeinflussbar ist. Sehr, sehr stark. Da hat auf jeden Fall recht. Also sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach zu beeinflussen. Das ist ja das Problem. Deswegen sollten die meisten Leute einfach mit klaren Kopf gucken und sich erstmal eine eigene Meinung bilden, statt die Meinung anderer direkt blind zu vertreten. Es sind leider immer noch Kinder dabei, die halt nicht so viel im Köpfchen haben und die dann auf einer schiefen Bahn geraten. Sei es von Drogen, sei es von Freunden oder was auch immer. Was würdest du jetzt speziell diesen Personen raten, die gefährdet sind, da rein zu rutschen? Versuch, in dich zu gehen, Kraft zu bündeln und dir Hilfe zu suchen. Also Hilfe suchen würdest du sagen? Würde ich auch sagen. Ich glaube, das Beste ist immer, sich Hilfe zu suchen. Weil ich hatte nicht die Möglichkeit dazu. Wieso hattest du nicht die Möglichkeit? Wenn du von einer Gruppierung isoliert wirst und du ständig irgendwie gesagt bekommst, du gehörst zu uns ja, aber das und das muss getan werden. Ansonsten gehörst du halt nicht mehr zu uns und bekommst das nicht mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es überhaupt gar nicht erst dazu kommt, sodass du gar nicht erst diesen Gedanken hast, dich überhaupt so krass beeinflussen zu lassen, da reinzukommen. Du hast dich ja überreden lassen mit 13. Er beeinflussen lassen. Beeinflussen lassen, genau. Normalerweise, wenn man jetzt, ich hoffe, wir alle hatten eine normale Kindheit, wir hätten uns nicht so beeinflussen lassen. Deswegen ist jetzt meine Frage an dich, was wäre dein Rat an Kinder? Dein Ding war ja, dass du einsam warst. Was würdest du denen Kindern raten? Schwierig. In dem Zeitpunkt habe ich das... Das ist ja auch das Problem. Dadurch, dass er sich so einsam gefühlt hat, diese Aufmerksamkeit und Anerkennung nicht bekommen hat, sucht er die dementsprechend einfach bei so einer Art Gruppe. Weiß ich meine, eine Gruppe, die ihm die ganze Zeit gut redet, ey, du passt hier rein und was weiß ich was und dies und das. Die fangen ja erstmal damit an, dass sie dir Honig um den Mund schmieren. Und natürlich fühlst du dich dann geborgen und denkst, okay, das sind die Ersten, die mir Aufmerksamkeit geben und du bindest dich dran. Und irgendwann werden sie dann ekelhaftiger, aber bis dahin bist du schon, bist du nicht mehr am Start. Weiß ich meine, bis dahin bist du einfach schon blind genug und bist einfach reingerannt. Und das ist dann schwierig rauszukommen. Das war nicht geschafft. Im Nachhinein kann ich immer nur sagen, versuch die Hilfe zu suchen. Auf irgendeine Art und Weise. Egal wie. Wir sind Gott sei Dank in einem Land, wo es Menschen gibt, die dir auch helfen, wo du denen nicht egal bist. Was hältst du für Anlaufstellen? Anlaufstellen sind gerade auch für Mädchen, also hier in Hannover gibt es zum Beispiel eine, die nennt sich Eva. Die ist auch immer wieder vertreten und gibt es auch Nummern überall. Auch für Jungs halt, geht das selbstverständlich auch. Hier in Deutschland sind halt mehr Mädchen betroffen als Jungs. Beziehungsweise kann man das eigentlich auch nicht wirklich so sagen, weil die Jungs das eher weniger zugeben wollen. Denken, okay, es geht irgendwie an meiner Männlichkeit oder so. Oder wenn ich weine oder sowas. Das ist nicht männlich. Völliger Quatsch. Guck mal, weinen ist am Ende des Tages auch was Natürliches. Also man ist ja jetzt, also es ist ja nicht so, dass man sagt, ey, du bist jetzt kein Mann, weil du geweint hast oder so. Das ist natürlich was anderes, wie wenn man auf TikTok guckt, dass irgendwelche Jungs die ganze Zeit in irgendwelchen Videos weinen, um quasi auch in Aufmerksamkeit zu kommen. Das finde ich wiederum peinlich. Aber ein Mann hat ja auch Gefühle und darf dementsprechend ja auch weinen. So, manche überspielen das und manche lassen es einfach raus. So, das ist einfach von jedem, jede Person ist da einfach unterschiedlich, wißt du, ich meine. Aber wie gesagt, TikTok ist ja auch ein unbeschriebenes Blatt. Bruder, ich will dich auch ungern unterbrechen, aber wir haben noch andere Geschichten. Deswegen aber danke dir auf jeden Fall für die Geschichte und danke auch für die positive Message. Nur kurz auf deine Frage, warum ich hier nicht vermunt bin. Ich wurde verurteilt. In Deutschland? Nicht in Deutschland, in Ungarn. Stimmt, die Frage wollte ich auch noch stellen. Du hast eine Strafe bekommen, irgendwas? Ja, habe ich. In Ungarn? In Ungarn, ja. Ich habe es bis nach Ungarn geschafft, bin illegal eingereist. Da wurde ich verurteilt von einem deutschen Gericht, also bei der Deutschen Botschaft. Zu? Zwei Jahre, äh, drei Jahre Bewährung und zwei Monate Haft. Als 14-Jähriger. Drei Jahre Bewährung und zwei Monate Haft? Drei Jahre, drei Jahre Bewährung und zwei Monate Haft. Aus dem Grund, weil die haben herausgefunden, dass ich zu dieser Gruppierung mit dazugehöre, weil nach einer Zeit hat der selbische Staat. Heißt es nicht, zwei Monate Haft auf drei Jahre Bewährung und drei Jahre Bewährung? Wussten die auch, dass du einen Anschlag gemacht hast? Im Nachhinein haben sie es herausgefunden. Und deswegen hast du dann nur drei Jahre auf Bewährung bekommen und zwei Monate Haft? Aus einem Grund, weil ich minderjährig war. Ja, okay, ich weiß nicht, wie es in Ungarn ist. Guck mal, das Ding ist, die deutsche Botschaft, er wurde doch abgeschoben, oder? Was hat die deutsche Botschaft noch mit dem zu tun? Warum soll die für ihn urteilen? Weißt du, was ich meine? Ja. Was sagst du dazu? Ich kann dir das erklären. Es ist nämlich so, sobald du als Minderjähriger in ein europäisches Land reinkommst, ist das Land dazu verpflichtet, dich aufzunehmen. Aber er hat jetzt gefragt, wegen der deutschen Botschaft, was hat die damit zu tun? Das hat damit was zu tun, dass ich Familie hier in Deutschland habe. Eltern haften für ihre Kinder und das ist halt der Punkt gewesen, weil meine Eltern nie in Deutschland gelebt haben. Alles klar. Dann dank dir auf jeden Fall, ne? Es ist schwierig, Digga. Es ist schwierig. Also ich kann jetzt noch nicht so genau sagen, was ich von ihm halte. Ich muss die anderen erstmal anhören. Okay, ey Jungs, was sagt ihr? Erster Eindruck. Also ich sag euch ehrlich, anhand dem, wie er gesprochen hat, kam es mir sehr unrealistisch, weil mir ist offenfallen, jedes Mal, wenn wir eine Frage gestellt haben, das machen Lügner sehr oft stellen sie erstmal eine Gegenfrage. Das hat er fast jedes Mal gemacht, das habe ich so ein bisschen beobachtet. Erstmal so dieses, die Psychotricks. Eine Frage, was war da und da? Dazu komme ich noch. Er hat sich auch widersprochen. Dazu komisch noch. Er hat sich ein bisschen widersprochen. Zwei, dreimal so bei großen Themen. Und was ich ein bisschen komisch fand, wegen der Message an sich, wenn du so eine krasse Geschichte hattest und du kommst jetzt hier und sagst, ey, ich will aufklären und so. Und dann wusste er nicht mehr direkt, ich sag so, ja, was willst du den Kindern raten? Er sagt so, ja, Hilfe suchen, sich selbst bitten. Weißt du, es war nicht so dieses, wenn ich mich damit jetzt richtig krass auseinander... Ich weiß auch, ob ich hinaus will. Wenn du es wirklich erlebt hast und gelitten hast und auch bereust, dann willst du den Leuten natürlich auch eine Message geben, dass es gar nicht dazu kommt, dass die das auch machen, weißt du? Ich hätte sowas erlebt mit 13, ich hätte das voll aufgearbeitet. Ja, ja. Ich hätte gesagt, ey, das wäre voll die Krankheit. Ihr müsst das, das, das machen, damit ihr da nicht erst reinrutscht. Ihr habt Anlaufstellen hier, da, da, da. Das alles ist nicht gekommen. Ich will ihn nicht vorverurteilen. Er hat die Frage nicht erwartet. Genau. Die Story war perfekt. Er hat die Frage auch immer zur Seite geschoben. Ich beantworte dich später, ich beantworte dich später. Das war für mich ein bisschen auswendig gelernt. Und als er nicht antworten konnte, hat er einfach gesagt, das will ich nicht sagen, das will ich nicht beantworten. Birla, was sagst du? Erster Eindruck. So, der hat geweint. Das fand ich krass. Ich will jetzt keinen, guck mal, das Ding ist, ich will ihn nicht vorurteilen. So allein, dass er jetzt so emotional über diese ganze Sache gesprochen hat, weiß ich jetzt nicht, Bruder, wenn das nicht stimmen sollte, ist... Ich fand es auch sehr krass, dass er einfach, Bruder, der hat einfach geweint, ne? In dem Moment hatte ich auch kurz Gänsehaut. Weißt du, ab wann der so ein Wackelkandidat für mich geworden ist? Wo er angefangen hat, über die Namen zu sprechen, von den Organisationen und so, weißt du, wie ich meine? Falls irgendwas wirklich stimmen sollte, Bruder... So was kann der doch nicht nennen. Der kann nicht wieder in sein Land gehen. Hat die Story, hat der gut vorbereitet, aber der hat diese Fragen von uns nicht erwartet. Oder diese großen Fragen. Ja. Und dann war das am hängen ein bisschen bei denen. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir gar nicht los rum, sondern bitten einmal den nächsten Kandidaten rein, ne? Ja, auf jeden Fall. Sie sind türkische Rechtsextreme und die grauen Wölfe sind auch in Deutschland. Sie werben für ihre Sache mit dem Wolfsfuß und bedrohen damit auch ihre Gegner. Einfach Kalim. Okay, dann fangen wir an mit seiner Geschichte. Mein Name ist Armin, 24 Jahre alt und ich habe eine Terrororganisation in Armenien unterstützt. Ich bin Armenier aus der Türkei, sprich meine Eltern kommen ursprünglich aus Armenien, aber aufgrund des Völkermordes damals wurden wir damals in die Türkei gebracht, haben dort gelebt, aber aufgrund der Unterdrückung da sind wir schon früh... Ey, Digga, dem kann ich das irgendwie nicht zutrauen. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach manchmal so das Gefühl habt, ey, nein, kann ich ihm nicht zutrauen. Und das ist so ein Kandidat, dem kann ich das nicht zutrauen, Digga. Der spielt safe noch FIFA. Mein Großvater ist schon nach Deutschland gekommen und ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Was? Und wie bist du da reingerutscht? Also ich bin, um ehrlich zu sein, kann ich mal kurz das loswerden, bevor ich meine Story anfange. Ja. Also ich will erstmal unabhängig von meiner Story sagen, dass egal welche Hautfarbe man hat, welche Herkunft man hat, ob man Türke, Kurde, Syrer oder sonst irgendwas ist, man sollte niemanden aufgrund seiner Herkunft verurteilen. Die Herkunft hat überhaupt nichts zu heißen, sei es Familie oder sonst irgendwas. Das ist das. 100 Prozent. Da kann ich nichts hinzufügen. Das hat er gut gesagt. Man sollte einfach nur ein guter Mensch sein, das reicht auch. So ist das. Und auf jeden Fall bin ich in ganz normalen Verhältnissen groß geworden. Unser Elternhaus war eigentlich immer relativ gut. Wir haben nie Probleme gehabt. Viele türkischstämmige Leute haben halt so ein falsches Bild von Armeniern, sprich haben Vorurteile gegen Armenier. Ich wurde schon im Kindergarten von anderen Kindern beleidigt. Die Eltern haben beim Abholen der Kinder zum Beispiel gesagt, ja, hör auf mit denen abzuhängen, der ist Armenier. Aber ich habe das als Kind nie so ganz wahrgenommen. Meine Eltern meinten immer, ich soll nicht auf die Hörmich von den Leuten distanzieren. Aber ich wurde älter, ich wurde älter. Dann kam es in der Schule wieder dazu, dass selbst Lehrer, welche eigentlich Vorbildsfunktionen für einen Menschen sind, schon blöde Sprüche gegenüber Armenier losgelassen haben. Was waren das für Sprüche? Scheiß Armenier, geh wieder nach Armenien oder sonst irgendwas. Die Türken haben das und das mit euch gemacht. Es gibt auch eine Terrororganisation aus der Türkei, die nennen sich die Grauen Wölfe und die haben sich sogar zur Aufgabe gemacht, uns Armenier zu jagen und zu töten. Obwohl diese Story schon mehr als 100 Jahre her ist. Diese Völkerausrottung damals in der Türkei, im Osmanischen Reich. Boah, der zittert krass, ne, Chad? Seht ihr das, wie der zittert? Wo mehr als eine Million Armenier getötet worden sind. Das war bei uns der Fall, dass wir einmal im Jahr nach Armenien in Urlaub geflogen sind. Und ich hab meine Eltern noch irgendwann, wo ich älter geworden bin, gefragt gehabt. Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt speziell für den Türken. Ich hab nichts gegen Türken. Ich hab auch einige türkische Freunde mittlerweile. Aber es kam halt nur mal von denen. Wie alt warst du in dem Zeitpunkt? Wo ich nach Armenien war. Ja. Dort müsste ich 18 Jahre alt gewesen sein. Ich war davor schon öfter in Armenien, aber da hat... Ich hab einmal ganz kurz Snacks, Digga. Ich brauch Schokolade. Das wirklich dazu entwickelt, dass ich wirklich mit meinem Verstand gedacht hab, ey, was passiert denn hier eigentlich die ganze Zeit? Da hab ich halt, wie gesagt, mit meinen Eltern darüber geredet. Die konnten mir jetzt auch keine richtige Antwort drauf geben. Die wollten mich, glaub ich, auch nicht ganz verletzen, dass das auch nur wegen meiner Herkunft ist. Dann bin ich halt in Armenien gewesen. Und da gibt's halt eine Terrororganisation, der heißt Asala. Man nennt es halt Terrororganisation, nur in der Türkei. Kein anderes Land hat diese Organisation als Terrororganisation eingestuft. Und die haben halt zur Aufgabe sich selbst gemacht, dass die Türken halt zugeben, dass dieser Massenmord vor allem Inhalt war. Weil die Türken sagen bis heute noch, dass das die Schuld von den Armeniern gewesen ist. Und die haben halt zur Aufgabe gezogen, diese Türken zur Rechenschaft zu ziehen und halt auch dementsprechend zu bestrafen, ja. Wie hießen die nochmal? Asala. Und wo war das? Das war in Arktik, heißt das. Das ist nahe der Grenze. Das Ding ist bei Erkenne den Terroristen, Folge 2. Oder allgemein Erkenne den Terroristen. Ich kann da nicht so viel sagen, weil ich mich mit diesen ganzen Dinger nicht auskenne. Zwischen Türkei und Armenien. Findest du es nicht persönlich gefährlich, deren Name und deren Ort zu nennen? Der Ort, wo der Sitz der Terrororganisation ist nicht in Arktik. In Arktik finden halt nur die meisten Sachen statt, weil es halt nahe der Grenze ist. Weißt du, was ich meine? Aber ich musste halt nie irgendwie Sachen machen, wo ich halt bis heute denken würde, okay, was habe ich da gemacht? Ich habe eigentlich eher nur so kleinere Aufgaben erledigt. Okay, mich interessiert es ja, was du dazu beigetragen hast. Was hast du denn gemacht? Guck mal, wie gesagt, ich war einfach dieser jüngere Typ, der halt neu daran getastet werden sollen würde. Und ich habe die meistens zu irgendwelchen Orten gefahren. Wir haben da Lager gehabt. Das ist ein Irrwürr, das ist so ein Ort, der ist schon ein bisschen eher in der Türkei. Dort waren mehrere Stände von uns. Dort habe ich zum Beispiel alles aufgeräumt. So ganz kleine Arbeiten, halt Essen gebracht, Trinken von Supermärkten gekauft, Essen. Oder generell, wenn mein Onkel irgendwo hinmüsste wegen Flugtickets oder sonst irgendwas, habe ich die halt bestellt. Ich wollte aber nie komplett da reinrutschen. Hast du jemanden umgebracht? Nee, noch nie. Ist das da ein Terrorist, wenn du in eine Terrororganisation zugehst? Also das Ding ist, ihm traue ich jetzt sogar zu, dass er halt wirklich nur diese kleinen Aufgaben gemacht hat. So dieses Einkaufen, Flug buchen für den Onkel und was weiß ich was. So dieses richtig Kriminelle. Da sehe ich ihn auch nicht drin. So kann man schon sagen, ja. Weil mein Vater immer Wert darauf gelegt, dass ich nicht so extrem da reingerate, weil der weiß ja auch, was andere Leute da machen. Und bevor das halt noch ausgeartet ist, habe ich mich halt selbst dazu entschlossen, dass ich überhaupt kein Teil mehr von dem Ganzen sein wollen will. Saßt du schon mal im Knast? Nee, nee. Und worüber willst du jetzt aufklären? Ich will halt aufklären, dass es scheiße ist, Kinder schon in jungen Jahren für irgendwas zu beurteilen. Ich habe so viel Hass erlebt aufgrund meiner Herkunft. Ich bin einfach nur ein Armenier aus Deutschland. Es gibt Türken aus Deutschland. Es gibt Kurden, Syrer, alles. Aber speziell wir Armenier werden so runtergemacht für eine Sache, für die wir nicht mal was können. Okay, dann danken wir dir für deine Geschichte. Ich sage, raten wir uns einmal, ne? Ja. Was sagt dir Chad? Einfach vom Gefühl. Ja, was sagt ihr Jungs? Ganz easy, easy. Ja, finde ich auch. So direkt. Also ich finde, er hat sehr gut gespielt. Er hat für alles eine Antwort. Aber nein. Nein. Dass das komplette Konzept mal für mich kein Problem. Ich glaube auf jeden Fall, dass er sich ein bisschen damit auskennt. Ja. Vielleicht hat er auch sowas erlebt. Ich denke mal einfach, dass es so wie zum Beispiel bei uns jetzt im Liban und ich kenne mich auch jetzt mit sehr vielen Armeesachen da aus bei uns. Das heißt jetzt nicht, dass ich da drin bin oder so. Aber man weiß, man hört. Wie stehst du? Man beschäftigt sich damit. Und bei ihnen hat man halt einfach nur rausgehört, okay, der kennt sich damit aus. So kann sein, dass er auf jeden Fall so ein bisschen auf seine Tüche gegangen ist, dass er gras wird aufgrund seiner Herkunft. Ich fand seine Message auch sehr gut. Ja, ja, das auf jeden Fall, Bruder. Aber ich denke nicht, dass in Sommerferien sowas passiert. Weißt du, was ich meine? Er fliegt in Sommerferien dahin. So schnell. Weißt du, der Prozess ist viel länger so, ne? Ja, und erstens das. Und zweitens, Digga, er geht Sommerferien dahin. Und als ob er dann direkt da fährt, weißt du? Mit deiner Menschenkenntnis würdest du sagen, er sagt die Wahrheit oder nicht? Dass er ein Theorist ist oder dass er was damit zu tun hat? Dass seine Geschichte der Wahrheit anspricht. Ich glaube ihm, dass er sich auskennt über seine Herkunft. Kann sein, dass das alles auch passiert ist. Aber er selber hat gar keine Rolle damit. Ich finde auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, bin ich mal auf den nächsten Kandidaten gespannt. Ein Bombenanschlag in der syrische Stadt Hamar hat mindestens 31 Menschen getötet. Ist das ein Typ? Mindestens 10 libanesische Soldaten kamen bei dem Angriff der Al-Qaida. Ich frage, ist das ein Typ oder ein Mädchen? ...stehenden Al-Nusra Front ums Leben. In Syrien operiert vor allem die Al-Qaida nahestehende Fatah Al-Qaida Front. Folgere Namensänderung bekannt als Al-Nusra Front. Boah, der ist schon guselig. Der ist schon guselig. Ich bin der erste nach deutschem Strafrecht, nach erwachsenem Strafrecht verurteilter Syrien-Rückkehrer. Ich bin 2013 nach Syrien gegangen, habe mich dort einer Organisation angeschlossen. Vollkommen bewusst, was ich da eigentlich mache. Darfst du sagen, welche Organisation? Natürlich, das war die Jamwa. Die Jamwa ist ein Ableger des kaukasischen Emirats und das sind Tschetschenen. Wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich solchen Menschen angeschlossen habe, ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich bin der zweitjüngste von acht. Meine Familie ist eigentlich im Libanon eine recht reiche Handelsfamilie gewesen. Und die Geschichte hat eigentlich schon vor meiner Geburt angefangen. Dazu müsst ihr wissen, dass meine Familie zur Opposition gehört. Als die Syrer einmarschiert sind, gab es einen Artillerieangriff auf unsere Stadt. Und da ist mein Bruder gestorben, da war er drei Jahre alt. Aus welcher Stadt kommst du aus Libanon? Aus Tripoli. Das ist da, wo die Minderheit sind, da sind die Sunniten. Und wir waren gegen das Assad-Regime. Wir haben es voll abbekommen. Meine Familie hatte Glück, dass so gesehen nur mein Bruder gestorben ist, weil an dem Tag mein Vater meine anderen Geschwister mitgenommen hatte. Danach wurden wir enteignet. Meine Oma wurde verschleppt, meine Onkels wurden verschleppt und wurden gefoltert. Das ist alles vor meiner Geburt gewesen. Wie ich das mitbekommen habe, wie ich mich radikalisiert habe, wie ich der geworden bin, der ich war. Das ist eigentlich recht einfach. Man wächst auf und die Eltern merken gar nicht, was die Kinder alles mitbekommen. Man kriegt mit, ja, dieses scheiß Regime, wir haben nichts mehr. Wo sind wir hier? Was machen wir eigentlich hier? Wir sind hier nicht willkommen, wir sind Kanacken. Es entsteht langsam ein Hass, der aber abstrakt ist. Man weiß gar nicht, wen man eigentlich hassen soll. Man weiß, okay, die Syrer sind schlecht, man ist ein Kind, man kann nicht unterscheiden. Als ich zu Besuch im Libanon war, da war ich das allererste Mal im Libanon nach Jahren, habe ich gemerkt, dass meine Oma nicht mit uns an einem Tisch sitzt. Ich habe dieses Thema angesprochen, Oma, warum sitzt du nicht mit uns an einem Tisch? Und es wurde totgeschwiegen, ich solle ruhig sein, ich solle jetzt nichts darüber reden. Irgendwann mal habe ich meine Schwester zur Seite genommen, habe gefragt, what the fuck, was ist denn da los? Und die hat mir erzählt, dass meine Oma damals vergewaltigt worden ist und sich einfach auch aus islamischer Sicht unrein fühlt, mit uns aus einem Teller zu essen, mit uns an einem Tisch zu sitzen. Und es sind Sachen, die kriegt ein Mensch mit, der noch nicht einmal wirklich ausgewachsen ist, der noch recht... Boah, das ist heftig. ...formbar ist. Ich hatte mir vorgenommen, die Welt zu verändern. Ich wollte nicht, dass die Menschen das miterleben, was meine Mutter zum Beispiel bis zu ihrem Tod miterlebt hat. Diese depressiven Phasen, wo keiner an sie rangekommen ist oder meine Oma. Ich wollte ein guter Mensch sein und habe einen falschen Weg genommen. Ich bin auf einer Pilgerreise gewesen 2013 und dort habe ich jemanden kennengelernt, der es mir ermöglicht hat, nach Syrien zu gehen. Ich bin nach dieser Pilgerreise zurück nach Deutschland und recht schnell dann auch aufgebrochen. Es wurde organisiert, es war unter dem Deckmantel eigentlich eines humanitären Einsatzes, dass wir humanitäre Hilfsgüter nach Syrien bringen. Und ich, ich habe es als willkommene Ausrede gesehen, dass ich mein Handeln in einer guten Intention einpacke und bin dahin. Als ich dorthin bin, haben die mir erstmal mein Pass weggenommen, mein Handy und eigentlich alles, was ich an Karten hatte. Wir sind in ein sogenanntes Safe House gegangen, das war in Kilis, das war an der Grenze zur Türkei, ungefähr 20 Minuten von der Stadt Gaziantep. Und dort war ich dann eine Zeit lang. Die haben mein Handy auseinandergenommen, die haben geguckt, ob da alles drin ist, was da oder ob da was anderes verbaut ist. Ich habe eine Schablone von meinem Handy gesehen, wie das aussieht, also ein Foto, wie die Chips aussehen und die haben sie da miteinander verglichen. Und dann wurde ich befragt, warst du im Jemen, warst du schon mal in Afghanistan, warst du in Pakistan, wer birgt für dich? Welche Menschen sagen mir, dass du kein Spion bist? Und ich hatte einen starken Birken. Ich hatte jemanden, der hier in Deutschland in der salafistischen Szene eigentlich recht berühmt ist. Und der hat es dann geschafft, mich da eigentlich rüber zu bringen. Und gleich am ersten Tag wäre ich fast gestorben. Was heißt der erste Tag? In der ersten Stunde. Ja, die kamen dann her, die Männer und haben gesagt... Das Ding ist, er verpackt es halt echt sehr gut, muss man echt sagen. Es geht nach Syrien, wir können los. Und wir sind dann über die Grenze und die Grenze war ungesichert. Sie war komplett ungesichert. Du konntest einfach diesen Draht hoch und da warst du durch. Wir waren zu dritt, also zwei Schleuser und ich. Und der erste Schleuser ist durch und ich bin danach durch und der andere ist hinter mir. Und der hat zu mir gesagt, bleib hinter mir, links und rechts sind Mien. Ich habe gesehen, der Boden war schon gut aufgegraben. Es war nachts, es war eine Vollmondnacht. Alles war in so einem ganz komischen Blau. Es war so ein bisschen gesp... Das Ding ist, bei Mien weißt du ja auch nicht, wo die sind. Weißt du, du trittst ja immer rauf, wo du denkst, okay, das ist einfach eine normale Straße. Auf einmal ein Platz oder irgendwas. Mein Herz, das hat im Hals geschlagen. Ich wusste, ich bin angekommen. Ich wusste, ich bin da. Und dann haben die gesagt, wir müssen uns an einem Checkpoint. Die Stadt heißt Azaz. Wir müssen uns da anmelden. Da ist die Freie Syrische Armee. Die wollen gerne wissen, wer rein und raus kommt. Ja, zwei Kilometer ungefähr. Und ich war da. Und ich habe sie auf Libanesisch angequatscht. Und jetzt müsst ihr eine Sache wissen. Das ist Hintergrundwissen. Die Libanesen sind in der Regel pro Assad. Wenn da ein Libaneser auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er ein Hisbollah ist. Weil wenn ein Libanese tatsächlich mit den Sunniten in den Krieg reingehen will, dann geht er aus dem Libanon rein und nicht aus der Türkei. Also das ist ein ganz anderes Einfallstor. Und ich schwätze die komplett auf Libanesisch an. Ah, Salam Aleikum, Brüder, wie geht's euch? Die sind durchgedreht. Es waren 15 Leute, die waren voll bewaffnet. Die haben angefangen, die Waffen aufzuladen und hochzuziehen. Und ich habe mir nur gedacht, what the fuck, was passiert hier? Und die haben dann angefangen, den Schleiser auf Arabisch zu sagen, wen habt ihr uns denn hergebracht? Und die fangen an, in den Himmel zu gucken, ob das jetzt irgendwie einen Airstrike gibt oder sonst irgendwas. Und die Schleiser haben Panik gekriegt und sind abgehauen. Die haben mich ganz alleine an diesem scheiß Checkpoint dagelassen. Und ich habe gedacht, ich muss sterben. Ja, bitte. Wie alt warst du in dem Zeitpunkt? 23. 23. Und wie alt bist du jetzt? 31. 31. Ich habe acht Jahre gebraucht, bis ich überhaupt darüber reden konnte. Okay, krass. Glaube ich. Wollah, ich habe überall gehen sollen, ne? Krass, wollah. Überall gehen sollen. Der ist für mich gerade wirklich der, der am krassesten ist. Im Sinne von, wie er das alles verpackt. Entspannt verpackt, nicht um heißen Brei redet. Wo war ich stehen geblieben? Du warst alleine? Ja, ja, genau. Genau, danke dir. Ich war alleine und ich habe den Menschen angerufen in Deutschland, der mich da hingebracht hat. Und ich habe gesagt, Herr XY, was mache ich jetzt? Ich sterbe gleich. Und der hat echt Panik gekriegt, aber man muss sagen, er hat mich nicht hängen gelassen. Er hat sofort jemanden angerufen und mich hat dann eine syrische Nummer angerufen. Mir ganz fremde Nummer, eine syrische Nummer. Und dann redet mich einer auf Deutsch an, so wie ihr. Und sagt zu mir, gib mir doch mal bitte den Emir. Der Emir ist der Boss, der Chef unter denen. Und ich habe zu denen gesagt, er spricht kein Wort Deutsch. Wie willst du denn mit dem kommunizieren? Und dann hat er mich im fließenden, sauberen, hocharabisch gebeten, ihm doch jetzt endlich mal den Emir zu geben. Ich war perplex. Er hat besser Arabisch gesprochen als ich. Und ich habe ihm das Handy gegeben und der Emir hat kurz geguckt. Und ich habe nur gesagt, bitte. Und er hat das Handy genommen. Er wusste, er hat ja nichts zu verlieren, hat er gedacht. So rot wie er war, so sauer wie er war, den seine Gesichtsfarbe hat geswitcht zu weiß, zu grün. Der war wie eine Ampel. Und ich habe mir nur gedacht, okay, was sagt dieser Mensch am Telefon zu denen, dass der eigentlich zittert? Und dann kam... Ich sage euch eine Sache. Dafür, dass er so viel redet, finde ich es gerade interessanter als der Erste. Der Erste hat auch sehr, sehr viel geredet, aber da fand ich es so ein bisschen träge, weißt du? Der zum Beispiel, das stellst du dir alles gerade bildlich vor und das ist voll interessant. Die Kinder seiner Untergebenen, seine Lakaien, die haben gefragt, was machen wir mit dem? Und dann hat er gesagt, nichts, der ist von denen. Und ich habe es nicht verstanden, was meint der mit von denen. Dann hat mir dieser Mensch am Telefon gesagt, Bruder, wir holen dich in 15 Minuten ab. Und ich sehe ein Jeep. Und ich sehe ein Jeep mit zwei schwarzen Flaggen. Nein, kein IS. Jeder denkt IS. Aber IS gab es noch nicht 2013. Aber es gab Al-Qaida 2013, die damals in Syrien nichts anderes als Jabhat und Nusrat, die Nusrat-Front hießen. Und ich wusste ganz genau, wer da auf mich zukommt. Ich wusste es. Und da kommen nur zwei Tippen raus. Bis an die Zähne bewaffnet. Zwei Kalaschnikows, überall Granaten und Magazine. Ganz kurz. Ja, bitte. Hattest du die ganze Zeit währenddessen Todesangst? Todesangst ist nicht mal beschreibbar. Nein, ich hatte keine Todesangst. Ich war wie gelähmt. Das heißt, wie betäubt. Was passiert jetzt gleich? Und was die ganze Zeit war, ich habe es nicht geglaubt. So, echt jetzt? Passiert das wirklich? Also so dieses, die ganze Zeit bin ich wirklich da, wo ich bin. Realisieren kommt noch viel, viel später. Also so, dass das Richtige realisieren kann erst Jahre später. Und dann kommt dieser Typ und drückt mir eine Kalaschnikow in der Hand. Und ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Und ich hatte Angst, jemanden zu töten oder dass die irgendwie einfach losgeht. Also habe ich sie ganz flach auf meine Hand gehalten, sodass ich nicht an den Abzug komme. Und der hat mich dann ausgelacht, hat mir dann die Kalaschnikow weggenommen, hat mich erst mal gedrückt und ist zu diesem Emir gegangen und hat angefangen, den zur Sau zu machen. Wie kannst du es wagen? Und Bruder, der kommt aus Deutschland, verlässt seine Familie für euch und ihr, behandelt ihn so. Und der Typ hat kein Wort gesagt und die waren komplett in der Überzahl. Wie geht das? Ich habe ihn natürlich gefragt, wie kommt's? Wie kann das sein, dass wir jetzt nicht tot sind? Das sind so viele Leute gewesen und die sind in der Überzahl. Und der Fahrer erschreckt erst mal und sagt, oh, gut, dass du mir Bescheid gegeben hast. Holt sein Handy raus und fängt an zu telefonieren. Ja, wir sind in Sicherheit. Ja, wir fahren zurück. Nein, ihr braucht euch nicht anzuziehen. Wir kommen. Ja, es tut mir leid. Und dann redet er mit dem Beifahrer und sagt, ups, die haben sich schon angezogen und die wollten kommen. Und ich so, von was redet ihr denn? Er hat gesagt, hätten wir jetzt nicht angerufen. Unsere Gruppe hat sich schon bereit gemacht, die andere Gruppe platt zu machen, weil wir tot wären. Die hätten sich meldet. Digger, Bro, das ist krass. Die haben es einfach nur vergessen und deswegen wäre es fast zu spät gewesen. Und anstatt abgeschreckt zu sein, fand ich es cool. Ich fand es geil. Ich wurde wie ein König behandelt. Es wurden 15 Leute wegen mir fertig gemacht und ich habe mich wichtig gefühlt. Ja, 23-Jähriger, so ist das halt. Und dann bin ich ins Trainingscamp gekommen und dieses Trainingscamp, das war entscheidend. Das war nämlich kein Al-Qaida-Trainingscamp, sondern das Trainingscamp von dem Vermittler in Deutschland. Und das war ein tschetschenisches Trainingscamp. Die Mutterorganisation, das kann ich alles ganz offen sagen, weil die Geheimdienste das eh wissen. Also für was brauche ich hier Geheimnistuerei? Die Mutterorganisation ist der Emerat Kafkas, das kaukasische Emerat. Später bei meiner... Tatsächlich ist das Video eine Stunde zwölf lang, weil der Typ hier die ganze Zeit redet. Aber ich muss sagen, es ist sehr interessant. In der Opa-Handlung gab es einen Notachter, der diese Organisation mal genau erklärt hat. Das sind zum Beispiel Moskauer Anschläge. Kannst du von vorne anfangen, bitte? Bro, wir haben uns hier gerade schon 33 Minuten durchgehasselt, Digga. Weil seine Opa, eine recht schlimme Organisation. Und der Ableger heißt Jamwa. Jaish al-Mohajirin wal-Ansar. Die Armee der Auswanderer und der Unterstützer. Und in diesem Trainingscamp ist der Alltag recht gut strukturiert. Man wacht um 5 Uhr morgens auf. Man kriegt 10 Backsteine vorne, das sind ungefähr 10 Kilo. Und eine Trinkblase mit 10 Liter Wasser hinten, aber da muss ein bisschen Luft gefüllt sein, damit es schön wackelt. Es wird ein Besenstiel schwarz angemalt. Das soll eine Kalaschnikow simulieren. Das heißt, wenn du robbst oder irgendwie im Gelände hängen bleibst, geht die Farbe da weg und die Ausbilder sehen, du bist irgendwo hängen geblieben an deiner Waffe. Wenn du ein Neuling bist, ein Frischling, so wie ich, bist du ganz hinten. Bei der Hälfte konnte ich nicht mehr. Ich war so platt, ich konnte nicht mehr. Und anstatt da Anschiss zu kriegen, hat der Emir mich zur Seite genommen, hat gesagt, es ist dein erster Tag. Hat gesagt, ich darf mich ausruhen und muss dann zum Theorieunterricht ein paar Stunden später kommen. Und der Theorieunterricht war höchst interessant. Ich gebe euch ein Beispiel, wie so ein Theorieunterricht in einem Terrorcamp aussieht. Ihr steht unter Mörserbeschuss. Was ist der sicherste Platz, fragt der Lehrer. Eine Granate fällt niemals zweimal in denselben Krater. Das heißt, wenn du unter Mörserbeschuss bist, spring ins Loch und da bist du sicher. Später wurde das dann, was man theoretisch gelernt hat, auch in der Tat umgesetzt. Das ging ungefähr einen Monat so und in der Zwischenzeit hat mich meine Mutter erreicht. Meine Mutter wusste von nichts, niemand wusste von etwas. Ich wusste nicht, wie ich es dir sagen sollte. Wie sollte ich meiner Mutter sagen, ich habe mich freiwillig in den Tod begeben? Das wollte ich dich fragen. Wie ist deine Familie überhaupt? Bro, ich sage dir so, wenn eine Familie mitbekommt, was du da machst, Digga. Bruder, die sind glaube ich das komplette Gegenteil von Stolz. Ich sage dir, kein Problem, erzähle ich dir. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, gib mir Aso, Aso ist mein Bruder. Ich muss ihm was sagen, habe ich zu meiner Mutter gesagt. Und ich habe es ihm gesagt, ich so, du musst es ihr irgendwie verklickern. Ich weiß nicht, wie. Und ich hatte keine Ahnung, dass der Lautsprecher an war. Ich habe sie nur noch weinen hören. Sie hat das Handy genommen und hat gesagt, hör auf, diese Scheiße zu bauen. Auf Arabisch, Hashtek, Al-Khara und Irja. Also und kommt zurück. Ich werde diesen Satz nie vergessen. Nie. Wie sollte ich ihr denn sagen, ich habe keinen Pass mehr. Wie sollte ich ihr sagen, auch wenn ich zurück will, ich kann nicht zurück. Ich wurde vor drei Tagen... Bruder, warte, ich habe Gänsehaut. Also ich sage dir so, wie es ist, Chat. Das ist für mich gerade das Realistische. Auch wenn das alles gerade zu perfekt ist, um wahr zu sein. Weil so wie er redet, das ist alles so clean und flüssig. Aber irgendwie mein Gefühl sagt, das ist er. Grenze der Spionage bezichtigt. Wie soll ich da jetzt nach drei, vier Tagen Camp hingehen und sagen, ja, jetzt weiß ich, wo euer Camp ist, schickt mich doch bitte wieder zurück. Die hätten mich doch sofort hingerichtet. Soll mir mal einer sagen, wer diesen Mut hat, da hinzugehen und zu sagen, ich will zurück. Ich hatte nicht diesen Mut. Und so musste ich mit ihr reden. Ich musste sagen, für Allah, ich muss das machen. Diese Sache ist größer als du. Das hat mir das Herz zerrissen. Tschüss. Boah, Bruder. Jetzt, Walla, ich habe Gänsehaut, ne? Irgendwann mal schickt sie mir einen Foto. Ey, Bruder, ich frage mich, wie die Mutter sich in dem Moment gefühlt hat, Digga. Sie dachte, Junge, du Bengel, Digga. Was redest du da? Sie ohne Haare. Sie hat mir eine Voice geschrieben. Krebs diagnostiziert. Boah, Bruder. Ey, ich schwöre es euch, Chat. Mein Gefühl sagt, das ist er. Und wenn er es nicht ist, dann ist er der heftigste Schauspieler. Und er soll in Hollywood angenommen werden, Digga. Weil das, was er da gerade sagt, ist krass. Man steigert sich da richtig rein. Ich würde es dir nicht sagen, weil du angeblich in der Schule bist. Komm bitte zurück. Das ist krass. Ich wollte zurück. Ich wollte um jeden Preis zurück. Also habe ich eine kleine Verletzung simuliert. Hier an der Hand. Habe das eingefädelt, dass ich gesehen werde, wenn ich falle. Und die haben mich ins Krankenhaus gebracht. Und da gab es einen Schlüsselmoment. Während ich so gewartet habe, bis ich drankomme, da habe ich das erste Mal mitgekriegt, was tot eigentlich ist. Da kam ein Krankenwagen. Der ist rückwärts reingefahren. In einer Affengeschwindigkeit. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und das, was ich euch erzähle, das sind vielleicht fünf Sekunden gewesen. Aber für mich war es wie in Zeitlupe. Es war ein junger Mann, ungefähr in eurem Alter, so 23, ungefähr so. Und die haben ihn beatmet. Und ein Arzt hat mit beiden Händen auf seine Brust gedrückt. Er hatte Blut. Blut auf der Brille. Und er hat sich nur einen Moment, nur eine Sekunde, wollte er sich dieses Blut abwischen. In dem Moment hat die Frau gedrückt. Und es gab einen roten Nebel, der da rausgekommen ist. Und der Kollege sagt zu mir, dass er Lungshut, also einen Lungendurchschuss. Ich weiß nicht, ob er es überlebt hat oder nicht überlebt hat. Ich weiß gar nichts über ihn. Aber ich weiß, dass ich das mit ins Grab nehme. Ich werde das nie vergessen. Und dann kam der Arzt. Und ich habe dann angedeutet, ich will alleine mit ihm reden. Ich hatte Glück. Mein Fahrer hat nur Russisch gesprochen und ein bisschen Englisch. Und ich bin rein. Und er wollte sich meine Hand angucken. Und ich habe zu ihm gesagt, mach dir nicht die Mühe. Mit mir ist nichts. Meine Mutter ist krank. Ich will nach Hause. Ich kann hier nicht bleiben. Und der Arzt hat mich angeguckt, als würde er etwas richtig Ekliges sehen. Wie, als würde man in so einen Haufen treten. Und ich habe mich geschämt. Ich habe weggeguckt. Ich habe nach unten geguckt. Ich weiß, wie ich gewirkt haben muss. Ich habe dann 15.000 syrische Lire. Das sind nicht viel. 8, 9 Euro. Habe ich den in die Tasche. Und der hat mir den Arm bis hier eingegipst. Und ich dachte, Jackpot. Jetzt geht es wieder zurück nach Deutschland. Ich gehe zurück ins Trainingslager. Im Trainingslager sagen die, du bist hier nicht mehr zu gebrauchen. Ich denke mir, geil. Geh nach Aleppo. Schnuppere ein bisschen Kriegsluft. Wir haben dort eine gute Basis. Aleppo war 2013 die meist umkämpfteste Stadt in Syrien. Keine Stadt war mehr umkämpft als Aleppo. Ich wusste, dass es mein Todesurteil war. Und wir sind im Auto, fahren nach Aleppo. Und die Stimmung war lustig. Die Fahrer haben sich ein bisschen über mein Russisch lustig gemacht. Und haben mich die ganze Zeit Nemitz genannt. Das heißt der Deutsche. Ich habe halt auch ein bisschen gelacht. Was soll man denn machen? Man kann nicht die ganze Zeit geschockt und traurig und sowas sein. Und bam. Von einem Moment auf den anderen hat sich die ganze Situation schlagartig geändert. Die beiden Fahrer haben angefangen zu zittern. Und haben Vollgas gegeben. Und ich natürlich mit meinem Gips schaue mich um links und rechts. Ist hier irgendein Wagen? Ist irgendwo eine Verteidigungssituation? Ich hatte schon gelernt mit der Waffe umzugehen in diesem Monat. Nichts. Aber trotzdem hatten die Angst. Und ich frage, what's wrong? Und die sagen, be quiet, be quiet. Und ich sehe, umso länger wir fahren, desto nervöser wird der. Und auf einmal macht er eine Vollbremsung unter einer Brücke. Und macht den hier. Und ich denke, der macht Allahu Akbar. Und ich sage zu denen, yes, bro, Allahu Akbar, but what is wrong? Und dann sagt er, listen. Und ich habe es das erste Mal gehört. Bruder, das ist krass. Ich schwöre auf alles. Der Typ macht gerade die Folge, ne? Auf ernst. Kein Spaß. Ich finde seine Geschichte, wie er das erzählt, ob die jetzt stimmt oder nicht, ich finde die mega interessant, weil du bist da richtig drin gerade. Du stellst dir wirklich alles bildlich vor. Oh, ich kann mir gerade ein, zwei bildlich vorstellen, wie diese Taxifahrer vorne sind und er hinten drin ist. Flugzeuge. Und ich bin gar nicht drauf gekommen. Ich hatte das von Deutschland komplett ausgeblendet. Wenn wir hier ein Flugzeug hören, das juckt uns nicht. Wenn die dort unten ein Flugzeug hören, die kriegen sofort Panik. Und dann kam es runter. Und es kam nicht weit runter. Alles hat vibriert. Schaut die Leute, die jetzt dieses Video angucken. Ihr guckt dieses Video an und es ist dann gleich vorbei. Okay? Ihr seid zu Hause, ihr seid auf eurer Couch. Alles ist gut. Da bist du aber in diesem Video drin. Du hast eine 360-Grad-Perspektive. Du spürst die Erschütterung. Du riechst den Staub und die Asche. Und du weißt, du bist gleich tot. Das ist das, was man in diesem Moment denkt. Das war's. Ich habe das Glaubensbekenntnis gesprochen und im Kopf bin ich meine Stadt entlang gelaufen. Und ich bin diese Straßen entlang gelaufen und habe mir vorgestellt, wie ich klingel. Wie meine Mutter mir die Türe aufmacht. Wie ich um Verzeihung bitte. Wie ich sie umarme. Und dann kam die zweite Bombe runter. Und es hat mich nicht erwischt. Hatte ich Glück, ich weiß es nicht. Aber ich war am Leben. Und es ging weiter. Und bis dahin. Bis das, was ich euch jetzt alles erzählt habe. Das ist nur die Aufwärmung. Ich habe euch jetzt gerade eigentlich nur in die Materie geführt. Was heißt es, ein Terrorist zu sein? Man muss niemanden töten, um ein Terrorist zu sein. Es reicht, ein kleiner Zahnrad in diesem Getriebe zu sein. Und das war's. Ich war verblendet von meinem Hass. Ich wurde immer radikaler. Und ich habe mir wirklich eingebildet, dass ich ein guter Mensch bin. Ich habe mir wirklich eingebildet, dass ich etwas Gutes tue. Weil angeblich ja die Zivilbevölkerung so gut zu uns ist und uns so gut sieht. Nur war ich dumm. Ich habe nicht gesehen, dass die einfach nur Angst vor uns hatten. Mehr nicht. Und ich bin in diese Basis angekommen. Und diese Basis war hochgesichert. Herr im Himmel war die gesichert. Und ich komme an und ich sehe einen Typ, der so ein bisschen aussieht wie du. Nein. Ich werde es nie vergessen. Und ich frage den auf Englisch. Sorry, do you know where the German house is? Weil es ist unterteilt unter Häusern, Bataillone. Wir sind 100 Mann. Und die werden nach Nationalitäten getrennt, damit die untereinander kommunizieren können. Und dann spricht mich der Typ auf Deutsch an und sagt, oh mein Gott, ein Deutscher. Gott sei Dank, wir brauchen Verstärkung. Geh bitte in den zweiten Stock, dort ist die Einheit, da kannst du dich vorstellen. Und ich bin hoch. Die Basis war eine Villa. Zwei Pools, beschlagnahmt von irgendwelchen armen Syrern. Ich klopf und mein Kontakt, der mir hier in Deutschland vermittelt worden ist, macht die Tür auf. Und sagt, ah, du bist es. Was hast du mit deiner Hand gemacht? Ah, ich hatte vergessen zu erwähnen. Ich hatte den Gips mit ein bisschen Erde eingerieben, damit er ein bisschen älter ist. Ich wusste, es geht nach Aleppo. Ich musste verteidigungsfähig sein. Ich sagte zu denen, du musst der und der sein. Dann sagte er, genau, der bin ich. Ich habe zu denen gesagt, hilf mir mal, diesen Gips abzubekommen. Die Hand ist abgeheilt. Mein erster Auftrag war, nach einem Bombenangriff Verschüttelte auszugraben. Und wir sind hingefahren, die waren in unserem Bezirk. Das war gar nicht so weit weg. Und jeder hat noch diese Bilder vom World Trade Center im Kopf. Das müsst ihr euch vorstellen, in klein. Überall Staub, überall Menschen, die mit Wasser sich die Augen freimachen. Und das sieht ganz surreal aus. Die sehen alle aus wie Waschbären ein bisschen. Weil die sind weiß, aber die Augen sind frei. Und das sieht so aus, als würden die weinen. Es ist kein schöner Anblick. Und ich bin zu der Stelle gegangen, wo ich graben sollte. Und ich war so ein bisschen beschäftigt, diesen Klappspaten aufzukriegen, dass ich gar nicht gemerkt habe, was vor mir ist. Und ich weiß noch, in dem Moment habe ich mich gefreut, weil ich diesen Klappspaten endlich aufgemacht habe. Und habe blöd gegrinst und guck nach vorne. Und das Gebäude ist von dem Druck wie ein Sandwich ineinander gefallen. Und zwischen zwei Etagen, direkt auf meiner Augenhöhe, direkt, war eine Frau, eine etwas dickere Frau. Sie hatte ein Kopftuch an. Sie sah ein bisschen aus wie meine Mutter. Und sie war tot. Und sie lag nach vorne. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist alles weiß. Und ihre Ohren bluten. Es läuft richtig runter. Und es ist direkt auf diesen Ring runtergelaufen. Und runter. Eine Lache war auf dem Boden. Und ich habe mich erst mal umgedreht und musste kotzen. Und es ist mir durch die Nase gekommen. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Und mein Wasser, was eigentlich voll wertvoll in dem Moment war, einfach dazu benutzt, um wieder klarzukommen, mein Gesicht zu waschen. Und dieser... Bruder, krank. Bruder, das kann nicht gelogen sein, Digga. Ein Mensch, der lügt, der kann das nicht so easy erklären, Bruder. Entweder das ist ein Psychopath, oder er kann krank, krank, krank lügen. Oder das ist einfach real. Und ich glaube wirklich, dass es einfach real ist, Digga. Bruder, ich stelle mir das gerade alles so bildlich vor, Digga. Einfach die letzte Ehre zu erweisen und sie auszugraben. Egal, was das mit mir anstellt. Und ich drehe mich um und ihre Hand war blutverschmiert. Der Ring war weg. Jemand hat ihr den Ring weggenommen, er war aus Gold. Okay, in diesem Moment frage ich mich, wen soll ich denn jetzt verfluchen? Die Menschen haben Hunger. Die Menschen sind verzweifelt. Und es ist einfach nur widerlich. Es ist einfach nur widerlich, in dieser Welt zu leben. Dachtest du zu dem Zeitpunkt immer noch, dass du was Gutes tust? Ja. Selbst da noch. Natürlich. Überleg ja mal. Ich habe gedacht, indem ich diese Leute ausgrabe, mache ich schon mal was Gutes. Indem ich sie vor einem Regime schütze, das sie angeblich unterdrückt. Oder was sie auch unterdrückt. Ja, ich habe gedacht, ich mache was Gutes. Und es hat lange gebraucht, bis ich den Mut hatte, einzusehen, was für ein ekliger Mensch ich eigentlich war. Es braucht unglaublich viel. Da war ein Russe aus Moskau. Ich werde ihn nie vergessen. Er hieß Mohammed. Er hat sich selber Mohammed genannt. Und er hat mich immer ausgefragt über das Oktoberfest. Das war so sein Traum. Er wollte einmal in seinem Leben das Oktoberfest sehen. Und eines Morgens beim Morgengebet. Ich hatte ein Walkie-Talkie. Ich hatte meine Kalaschen gekauft und ich wollte gerade was zu essen machen. Ich hatte es an der Tür geklopft. Ohne Vorwarnung, ohne nichts. Und wir Neulinge, wir sind natürlich sofort zur Haupttür gerannt und haben das gemacht, was man gelernt hat. Sich verrammelt, erst mal auf die Tür gezielt und geschrien, wer ist da? Und dann kamen die Leute, die schon ein bisschen länger dabei waren und haben gesagt, senkt eure Waffen und kommt mal ein bisschen näher. Die wussten, was kommt. Wir hatten keine Ahnung, was kommt. Die Tür ging auf. Es wurde Allahu Akbar geschrien und ein Pickup ist rückwärts reingefahren. Hinten ein blutiges Tuch. Und zwar schwarz. Das Blut war so dunkel, dass es schon schwarz war. Und die sagen, freut euch. Eure Brüder sind im Paradies. Verabschiedet euch. Und die machen dieses Tuch weg und da liegt er. Einen Tag davor, na ein paar Stunden davor, habe ich noch mit ihm geschwätzt. Und mir sind die Tränen geflossen. Ich konnte nicht anders. War es das erste Mal, dass Tränen geflossen sind? Das erste Mal, dass öffentlich Tränen geflossen sind, ja. Es sind unglaublich viele Tränen geflossen, wenn keiner da war. Wenn ich versteckt irgendwo geraucht habe, weil Rauchen war verboten. Aber an dem Tag war ich einfach überrascht und fassungslos. Und ich habe gesagt, are you kidding me? Wollt ihr mich verarschen? Was für Paradies. Der ist tot. Hört auf, euch zu freuen. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe gesagt, er ist tot. Hört auf. Die sind übel sauer geworden. Die sind übel brutal sauer geworden. How you can dare, hat er zu mir gesagt. Wie kannst du es wagen? Dein Bruder ist im Paradies mit 40 Jungfrauen und er freut sich. Der ist dieses widerliche Leben los. Und du tust sein Erbe, seine Arbeit mit Füßen treten. Ich habe immer wieder dasselbe wiederholt. Er ist tot. Ich konnte das einfach nicht fassen. Und dann kam der Arzt. In unserer Einheit hatten wir zwei Ärzte. Die waren nur für unsere Einheit. Und er kam, er nahm mich und hat mir ein Glas Wasser eingeschüttet. Hat eine Piole rausgeholt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich will keine Spritze. Gib mir keine Spritze. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, nein, nein, du kriegst auch keine Spritze. Das will ich dir gar nicht antun. Und hat die Piole aufgemacht, hat sie ins Glas Wasser und hat gesagt, trink. Vertraue mir, es wird keine Konsequenzen haben. Trink. Es war morgens, als ich das getrunken habe. Und ich bin am nächsten Tag erst aufgestanden, morgens. Bis dahin hatte der Arzt sich schon seine Gedanken über mich gemacht. Und hat mich dann auch gleich abgefangen morgens und hat gesagt, komm, ich muss mit dir reden. Und er hat zu mir gesagt, ich bin Arzt. Ich merke, wenn Menschen leiden. Das kannst du bei mir nicht verbergen. Was machst du hier? Ich habe ihm meine Geschichte erzählt. Ich habe ihm gesagt, ich wollte eigentlich den Menschen helfen. Ich wollte, dass es den Menschen nicht so schlecht geht, wie es meinen Eltern gegangen ist, wie es meiner Familie geht. Ich wollte ein Held sein, aber ich merke, ich komme damit nicht klar. Ich habe zu viel gesehen, zu viel erlebt und es macht was mit mir. Ich schaffe es nicht mehr. Der hat gesagt, hast du ein Glück, wir haben einen Engpass. Ich werde den Emir rufen und wir reden, den größten Emir. Ein paar Stunden später, Salahuddin, der Schishanida. Der zweite Anführer der Jamwa. Unglaublich. Das ist wie, wenn man den Stellvertreter von Osama bin Laden sieht. Also das heißt, du siehst den erstmal und dir verschlägt es die Sprache. Und dann setzt er sich mit mir hin und erzählt, dass er mich verstehen kann, wie schwer das ist, dass seine Mutter im Gefängnis wegen ihm war. Dass die Russen ihn haben wollten und deswegen seine Mutter inhaftiert haben. Und dass er es versteht und dass ich aber trotzdem im Dschihad bleiben soll und mich doch anders nützlich machen soll und in Deutschland dann Sachen besorgen soll. Und hat mir eine Einkaufsliste gegeben. Es ist jetzt recht genau am 13. November, das ist neun Jahre her. Und ich bin zurück. Es ging über die Türkei. Und die haben mich dann verabschiedet, haben mir meine Papiere gegeben und einen Umschlag mit einem Batzen Geld. Und ich gucke nach links und Polizei kommt. Ich habe mich übel sicher gefühlt, endlich. Und die sind weggefahren und noch die Polizei war da. Und ich denke mir, Jackpot. Ich bin von der Schlange raus. Ich wollte um jeden Preis meine Mutter suchen. Ich hatte keine Ahnung, äh, besuchen. Ich hatte keine Ahnung, ob die deutschen Behörden von meiner Ausreise wissen. Und ich wusste nicht, wie ich an einem deutschen Flug... Bruder, jetzt bin ich gespannt, wie das gleich ist, was er erzählt, wie das Treffen war mit seiner Mutter. Bruder, gibt es eigentlich noch jemand danach? Bruder, ich bin mir nicht sicher. Also eigentlich müssen da noch ein, zwei Leute sein. Ich bin in Empfang genommen werde. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt über Schleierwege nach Deutschland. Mein Pass ermöglicht es mir, warum denn nicht? Und ich bin nach Amsterdam geflogen. Ich habe meine Schwester angerufen und habe ihr gesagt, ich bin in Amsterdam. Ich habe mir die Gesichter der Menschen angeguckt. Da war kein Hass, da war keine Hetze, da war keine Angst. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe mich so unglaublich gut gefühlt. Ich bin in Sicherheit. Und dann ging es später mit dem Nachtzug von Amsterdam zurück nach Stuttgart. Und ich komme an. Genau da, wie ich es mir vorgestellt habe, unter der Brücke. Ich stehe vor der Tür, ich stehe wirklich vor der Tür. Damals unter der Brücke, als ich meine Eltern verabschiedet habe, da stand ich. Da, wo ich im Kopf gestanden bin, da habe ich es mir vorgestellt, wo ich sein werde. Und genau da stand ich. Und das war die Welt für mich. Und mein Handy hat gepiepst. Ich hatte WLAN von zu Hause. Und ich weiß, es hört sich nach nichts an, aber es war unglaublich viel. Und ich habe geklingelt. Meine Mutter hat eigentlich meinen kleinen Bruder erwartet, dass der von der Nachtschicht kommt. Und sie hat vorsichtig die Tür aufgemacht. Aber sie hat mich nur aus den Augenwinkeln gesehen. Und sie guckt mich an. Sie ist nicht ohnmächtig geworden. Das ist das falsche Wort. Sie ist eingesackt. Und einfach ihre Beine haben nachgegeben. Und sie war am Boden und hat angefangen zu weinen. Und ich bin hin und habe sie umarmt. Und habe gesagt, Mama, es tut mir so leid. Und habe sie am Kopf gestreichelt. Es ist ganz schwer, über meine Mama zu reden, weil meine Mama erst frisch gestorben ist. Und ich ihr so viel... Weint Bilal gerade, Digga? Bruder, das ist ja richtig emotional, Digga. Bro, das ist krank emotional. Ich schwöre es dir, Digga. Das ist heftig. Vor allem, ich bin so ein Typ. Ich stelle mir dann sowas mal komplett bildlich vor. Wisst ihr, wie ich meine? Wie die Tür aufgeht, sie einsackt und er sich entschuldigt. Bruder, das ist heftig. Leid zugefügt habe. Leute, wer die... Warte, wenn das jetzt nicht diese Person ist, Bruder, dann habe ich Vertrauensprobleme. Und er geht diesen Weg nicht alleine. Er nimmt seine Familie und seine Freunde und die Menschen, die ihn lieben, mit. Und man tut diesen Menschen unglaublich viel Grausames an. In seiner Hochmut zu denken, man wäre was Besonderes. Und die Botschaft, die ich mitgeben will, ist, wenn ihr etwas hassen wollt, dann hasst den Hass. Denn Hass bringt nie zu etwas Gutes. Niemals. Er wird immer mehr Leid hinzufügen. Und es ist doch scheißegal, wer leidet. Wenn jemand leidet, dann leidet er. Und es ist mir egal, ob er Sunnit ist oder Schiit oder sonst irgendwas. Es gibt von jedem Menschen Gut und Böse. Und jeder Mensch ist Gut und Böse. Auf seine Art. Gebt euch nicht auf und bleibt standhaft im richtigen Weg. Und wenn ihr nicht wisst, was der richtige Weg ist, so glaubt mir, es gibt immer wieder Menschen, die euch sagen, was der richtige Weg ist. Ihr dürft nur nicht vergessen zuzuhören. Das ist, warum ich heute hier bin. Ich habe jetzt meine Geschichte erzählt. Und ich habe meine Geschichte sehr knapp erzählt. Es gibt unglaublich viele Situationen, die ich nie vergessen werde. Unglaublich viele Menschen, die ich nie vergessen werde. Ich wurde verhaftet. Während ich meinen Auftrag mache, habe ich ein Nachtsichtgerät für 5000 Euro gekauft. Das stand auf der Liste und ich wurde verhaftet. Ich war glücklich. Ich war so glücklich, ich muss nicht mehr zurück. Wo wurdest du? Jetzt in Deutschland dann? In Deutschland, in Stuttgart. Ich habe etwas vergessen, euch zu sagen, was ganz wichtig ist. Ich habe diesen Auftrag sehr gewissenhaft gemacht und auch sehr schnell. Aus einem Grund, kaum war ich in Deutschland angekommen, habe ich eine Message gekriegt. Willkommen in Deutschland. Ich hoffe, dir geht es gut. Vergiss ja nicht deinen Auftrag. Und boah, da habe ich das erste Mal gesehen, was für eine Gefahr ich meine Familie gebracht habe. Die wussten sofort, ich bin jetzt angekommen. Ich konnte mich nie und bis heute nicht daran gewöhnen, dass mit meiner Familie irgendwas ist. Das ist meine Achillesferse. Hast du mal deine Waffe benutzt? Meine Waffe habe ich sehr oft benutzt, aber nie gegen Menschen. Ich habe niemanden getötet. Ich wurde für einen Kampfeinsatz verurteilt. Ja, dieser Kampfeinsatz hat stattgefunden. Das war aber kein offensiver Kampfeinsatz. Das nennt man Rebot Keteli. Das heißt, es war einfach nur defensiv die Stellung halten. Ich wurde am 13. November 2013 von einem Spezialeinsatzkommando auf der Autobahn, da war ich wieder unterwegs Richtung Syrien, um den Auftrag abzuliefern, wurde ich verhaftet. Wie ist die Polizei auf mich gekommen? Als ich das Nachtsichtgerät gekauft habe, müsst ihr euch ja vorstellen, ich war mega gepräunt. Ich hatte so ein bisschen einen Bart, nicht sehr lang, aber ich hatte einen Bart. Und ich war 23. Ich kaufe ein Nachtsichtgerät der dritten Generation und lege das Geld bar hin. Dieser Verkäufer hatte einen Freund und dieser Freund hat beim Staatsschutz gearbeitet. In was für eine Beziehung die beiden standen, weiß ich nicht. Und so ist das eine zum anderen gekommen, dass die mich eigentlich gleich einen Tag danach schon angefangen haben zu observieren. Haben das bei einem Richter vorgelegt. Der Richter hat gesagt, die dürfen observieren und die haben observiert. Und haben unglaublich schnell gemerkt, dass sie dann schon auf einer heißen Spur sind. Die letzten restlichen drei Tage, die ich dann noch in Deutschland geplant hatte, bevor ich in die Türkei zurückgehe, um die Sachen abzuliefern, wurde ich rund um die Uhr observiert. Das habe ich alles später erst im Prozess mitgekriegt. Ich wurde angehalten und als die Handschellen geklickt haben, konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen. Ich konnte mir einfach ein Grinsen nicht verkneifen. Da war eine junge Polizistin, die hat mit der Waffe auf mich gezielt, mit gezückter Waffe. Und die hat gezittert. Und ich habe mir gedacht, Bruder, das würde ich auch machen an ihrer Stelle. Schäfer, du zückst die Waffe, zielst auf jemanden und der grinst dich einfach an. Ich bin wie ein Junge, du Psychopath. Gott, was ich schon alles erlebt habe, Bombardements, Artillerie und, und, und. Und dann tut sie mit einer kleinen Pistole auf mich zielen und zittert. Es ist einfach surreal, aber in dem Moment ist man auch irgendwo erleichtert. Das war's. Die Reise hat jetzt ein Ende. Jetzt beginnt eine neue Reise, eine andere Reise. Neun Monate lang hieß die Anklage, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat im Ausland nach § 89a. Kurz, hattest du da, wo du verhaftet worden bist, noch den Gedanken zurückzugehen? Ja. Also deinen Auftrag zu erfüllen? Ja. Er wollte ja den Auftrag erfüllen, er hat ja die Sache gekauft. Das ist ja die Einkaufsliste. Und er musste das ja theoretisch dann vor Ort, äh, äh, vor Ort bringen. Also da hinbringen. Ich hätte Angst, ich da dann nicht mehr wieder wegkomme. Weiß ich mein? Wahnsinnig abgekotzt, dass die die Sachen beschlagnahmt haben. Selbst als du deine Mutter gesehen hast und so, hat es trotzdem noch den Gedanken, ich gehe zurück. Du musst eine Sache wissen. Ja, ich wusste, ich bin nicht für in Syrien geeignet. Ich habe aber an die Sache geglaubt. Und wenn ich da als Logistiker hätte arbeiten können oder mich da in dieser Organisation tätig machen können, und zwar als internationaler Logistiker, wäre es mir sehr lieb gewesen. Ich hatte natürlich einen Plan B, dass so etwas nie wieder passiert. Und zwar gibt es eine Bank, die heißt ISBANK in Istanbul. Und da hätte ich eigentlich meinen Pass eingesperrt und meine ganzen Karten. Ich hätte dann nach meinen damaligen Gedankenzügen mich schon bewiesen, dass ich zurück bin und wieder die Sachen geholt habe, dass ich meinen Auftrag gut gemacht habe und dass ich eigentlich bitte in Zukunft weiter solche Aufträge machen sollte. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, ich wollte zurück. Ich war überzeugt. Ich wollte unbedingt Assad stürzen. Nach neun Monaten hat dann mein Bundesamt diese Organisation, in der ich war, die Jamwa, als terroristische Organisation eingestuft und da hat sich die Anklage verändert. Dann hieß es Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland nach § 129 AB. Der hat sogar Rechtsanwalt mitgebracht, ich schwöre. Der hat einfach alles gemacht, Wallah. Deswegen ist, guck mal, allein der Aspekt, dass er gerade so viel redet und einfach gerade die komplette Folge füllt, sagt mir einfach vom Gefühl, das ist er. Also das ist die echte Person. Ich meine, die anderen sind die Lügner und das ist die reale Person. Bruder, ich sage dir ehrlich, ich muss sagen, Hut ab, Digga. Jeder Respekt, wie er das verpackt. Es ist einfach verpackt im Sinne von, dass du es dir gut bildlich vorstellen kannst. Weißt du, ich meine? Und es war auch sehr, sehr emotional. Was er gemacht hat, da stehen wir am Ende des Tages alle nicht hinter. Da sind wir derselben Meinung. Wie er das gerade einfach verpackt und erzählt, boah, Spannung pur. Jetzt war ich drei Jahre, einen Monat und einen Tag in Haft. Die Verurteilung war viereinhalb Jahre. Ich habe verspätetes Zweidrittel bekommen. Das heißt? Das heißt, nach Zweidrittel meiner Haftstrafe... Gute Führung kommt heraus. ...komme ich auf guter Führung raus. Aber den Termin haben die eigentlich bei mir verpasst. Das heißt, sie haben getrödelt. Nach dem Termin nennt man das verspätetes Zweidrittel. Das wird dann oft eine... Was machst du, wenn er das nicht ist? Ey, auf Ernst, dann habe ich wirklich Vertrauensprobleme, ne? Nur, dass du Bescheid wirst. Wenn er das wirklich nicht ist, auf Ernst, ich weiß nicht, ob ich dann lachen oder weinen soll. Wie bin ich zu dem Wandel gekommen? Es sind Schlüsselmomente. Ich kann mich richtig gut erinnern, ich sollte zu Gericht gehen. Und ich habe im Spiegel meine Krawatte gebunden und morgens das Frühstücksfernseher laufen lassen. Das werde ich auch nie vergessen. Da waren diese jesidischen Mädchen. Alle in Burkas, alle an Ketten. Und nach und nach werden die zu diesem Sklavenmarkt gebracht. Die zeigen ein Video auf Arabisch, wo der Typ sagt, ich nehme mir eine mit blauen Augen. Und der andere lacht und sagt, weißt du eigentlich, was du mit so einer machst? Ich wollte nicht sterben, damit sich irgendein notgeiler Saudi hier sich befriedigen kann mit irgendwelchen Sklavinnen. Ich wollte nicht nach Syrien gehen, um eine andere Diktatur zu erschaffen. Ich wollte eine Diktatur wegmachen und nicht eine neue, vielleicht genauso grausame und teilweise grausamere Diktatur. Wenn er es nicht ist, dann on a Zub's an die Community. Erschaffen. Ey, wenn er es nicht ist, dann verschenke ich auf jeden Fall einen Batzen an Zub's, Digga. Ich schaue dann einfach raus. Einfach für die Leute, die einfach aktiv am Start sind. Die haben es dann am Ende des Tages auch verdient. Wenn er es nicht ist. Wenn er es ist, dann gut für mich. Wenn ich das eingesehen habe, saß ich erst mal auf meinem Bett und habe geheult. Ich habe das erste Mal aufgehört, diese ganzen Ausreden, die ich hatte. Wir sind im Krieg und die machen doch dasselbe und das ist schon okay und für eine größere Sache nix größere Sache. Da gibt es keine größere Sache. Es gibt nur Tod und Elend. An dem Tag bin ich zu Gericht gegangen. Es gab ganz viele salafistische Prozessbeobachter, die meinen Prozess verfolgt haben. Und die haben das dann in einem Live-Vlog auf teilweise Facebook und Instagram veröffentlicht, wie so der Prozess lief. Und ich habe zu meinem Anwalt damals gesagt, ich will ein Statement machen. Ich will eine Einlassung machen. Dann sagt er zu mir, auf gar keinen Fall machst du eine Einlassung. Ich mache jetzt eine Einlassung. Ich bin aufgestanden. Dieser Mensch, der diesen Prozess beobachtet, dieser Salafist. Ich habe mich weggedreht zu den Richtern. Ich habe mich auch weggedreht zu den Generalbundesanwälten und habe in die Zuschauer geguckt. Und habe dann das erzählt, was ich euch jetzt gerade erzählt habe mit Krawattebinden morgens, alles drum und dran. Und habe ihn angeguckt und habe gesagt, wenn das dein Islam ist, will ich kein Moslem sein. Das ist nicht das, woran ich glaube. Das ist auch nicht das, wofür ich da runtergegangen bin. Ab dem Moment war ich natürlich auf der Abschussliste. Die haben mich gehasst. Aber sollen die doch ruhig. Sie sind nicht einen Schritt in meinen Schuhen gelaufen. Die haben keine Ahnung, was es heißt, von Menschen, die man auch wirklich seit Kindheit kennt, als Terrorist beschimpft zu werden. Es gibt Menschen, mit denen bin ich aufgewachsen. Nämlich heute sehen, die machen einen Bogen um mich herum. Die haben einfach Angst, dass hier irgendwelche Konsequenzen... Bruder, so wie er reingekommen ist, da hätte ich auch einen Bogen gemacht. Vielleicht sogar zwei Bogen. ...tragen müssen, wenn sie mit mir Kontakt haben. Das heißt, es ist auch ein Terrorist zu sein. Ich habe heute zum Beispiel mitgekriegt, mein Neffe wollte sich bei der Polizei bewerben, wurde abgesagt. Hätte eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, aber ich verstehe es. Die wollen halt niemanden mit meinem Nachnamen bei der Polizei haben. Deswegen, Timmy Junior, tut mir leid, Kleiner. Tut mir wirklich leid. Krass. Was ich mich jetzt frage, ist, hast du heute noch Hass gegen gewisse Menschengruppen? Ich habe angefangen, meine Mitmenschen anders zu sehen. Ich habe oft gehört, sie nach Religion oder Hautfarbe oder Herkunft zu beurteilen. Nein, von meinem Alten ist nichts mehr übrig. Und das hat unglaublich viel Zeit gebraucht. Es gibt Sachen, die habe ich bis heute nicht verarbeitet. Und ich versuche einfach, mein Konto, das ich überzogen habe, nicht noch weiter zu überziehen und einfach ein guter Mensch zu sein. Und die Gesellschaft toleriert mich vielleicht jetzt, aber es war nicht einfach, wieder Vertrauen zu finden. Und dazu gehört auch, sich selber zu ändern. Ich finde es krass, so tiefe Einblicke zu... Wala, endlich das ist mir kalt oder ich habe einfach mies Gänsehaut wegen diesem Typen, Digga. Ich schwöre es euch. Wala, ich habe Gänsehaut auf Ernst. Haben die anderen eigentlich auch genauso viel geredet oder nicht? Nee, Bruder, das ist der Einzige, der hat, glaube ich... Chat, lass mich nicht nügen, hat der eine halbe Stunde geredet? Der hat locker eine halbe Stunde geredet, oder? Weil die anderen haben nicht so lange geredet. Bruder, deswegen, also mein Gefühl sagt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Chat, aber mein Gefühl sagt, das ist 100 Prozent der... Yüzümet Türkülle, wenn er das nicht ist. Für die Türken. Vielleicht gucken wir mich an jetzt, man weiß ja nicht. Wir haben immer so ein Bild von Terroristen, weißt du, und man weiß gar nicht, okay, was ist der Grund, warum rutscht man da rein? In deinem Fall war es ja so, dass du eigentlich ja einen guten Gedanken hattest, du wolltest ja was Positives eigentlich machen. Aber von außen sieht das immer anders aus. Ja. Es sieht von außen vielleicht auch sogar mehr richtig aus, als wie wenn man in diesem Wahn gefangen ist, in dieser Gehirnwäsche. An sich waren wir einfach nur viele verwirrte Menschen an einem verwirrten Ort, die verwirrte Sachen gemacht haben. Ich glaube, wir hatten jetzt mehrere Male Gänsehaut. Stell mir gerade Dennis' Gesicht vor, wenn er es nicht ist. Ich schwöre es dir, ich werde es hier durchdrehen, Alter. Ich werde hier... Es wird fatal, ich sage euch ehrlich, wenn er es nicht ist, dann haben wir das dickste Problem hier. Jeder von uns. Ich glaube, es war das erste Mal, dass wir wirklich fast keine Fragen gestellt haben, sondern einfach nur... Ja, das ist echt krass. Ich schwöre, ich habe in der Folge auch sehr wenig geredet. Sehr, sehr wenig geredet, weil ich mir einfach nur angehört habe, plus ich habe nicht so viel Wissen über die ganzen Dinger, weißt du, und ich will da nichts Falsches sagen oder so. Deswegen lehne ich mich zurück und genieße einfach. Währenddessen so viele Fragen, aber du hast durch deine Geschichte schon fühlt alles beantwortet. Ich habe alles beantwortet. Und wie gesagt, diese Erfahrung, die habe ich gerade mit euch eigentlich nur angeschnitten. Es gibt unglaublich viele Situationen, unglaublich viele Szenen, die ich nie wieder vergessen werde. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, wenn ihr möchtet. Es war Opferfest und ein etwas reicherer Syrer, der hat kleine Schenke verpackt für die obdachlosen Kinder. Und ich war gerade, wie gesagt, ich war Logistiker, ich kam gerade vom Einkaufen und ich hatte Brot dabei und Tomaten und Zwiebeln. Und dann kommt dieser kleine syrische Junge zu mir und zeigt mit seinem Finger auf meinem Brot und will mir sein Paket geben. Und ich bück mich und will nett zu diesem Jungen sein. Ich gehe auf seine Augenhöhe und ich tue meine Hand auf seinen Kopf und frage ihn, magst du denn keine Schokolade? Auf Arabisch. Der hat große Augen gemacht und hat zu mir gesagt, doch, aber ich habe noch Geschwister, die auch hungrig sind und Schokolade macht uns nicht satt. Welches Kind tauscht Schokolade gegen Brot? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich habe es gesehen. Schokolade gegen Brot? Ja, Schokolade gegen Brot. Ein kleines Kind von drei, vier Jahren. Ein hungriges. Und es hat mich zerstört. Und ich gebe ihnen dieses Brot und innerhalb von einer Minute war ich umzingelt von vielen, 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 vielen anderen Kindern. Und ich gebe denen Tomaten und Zwiebeln und ganz komische Sachen, mit denen die eigentlich nichts anfangen können. Und die haben sich übel gefreut. Die Kinder, die leer ausgegangen sind, haben bittere Tränen geweint. Und diese Tränen, die vergisst du nicht. Tränen von Kindern vergisst man nicht. Und das ist krank. Wallerkrank. Das ist eine Geschichte von unglaublich vielen. Was? Was? Also ich glaube, wir hatten alle Gänsehaut. Aber wir danken dir für den... Bruder, meine Gänsehaut hat eine Gänsehaut. So ein Ding ist das. Und ich würde sagen, dann bitten wir nochmal den letzten... Junge, du brauchst gar nicht kommen, weil er kann da bleiben, wo er ist. Ich schwöre es dir. Belohnt dich gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Groß Dankeschön. Das Ding ist, sagen wir mal, das ist wirklich er, ne? Bruder, der hat jetzt den nächsten schon psychisch eigentlich komplett kaputt gemacht. Was soll er machen? Weißt du, wie soll er jetzt noch seine Geschichte verpacken, damit es besser klingt als seine? Es ist unmöglich. Ich glaube, wir müssen gar nicht großartig drüber reden. Also mein Bauchgefühl sagt mir der erstes zu... Bauchgefühl? Ich sage zu 99,9, weil man weiß wirklich nie. Wir hatten schon echt krasse Schauspieler, aber... Weißt du, was ich sage? Der Erste, bei dem ist auch auf jeden Fall was Wahres dran. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Der hat Wahrheit gemischt. So. So Lügen. Der eine ist mit Jungen von Prozent. Wenn der Sachen erzählt, der hat mich schon aus der Haut fahren lassen. Wenn das jetzt Geschauspieler wird, das wäre das Krasseste dieser Welt. Wir brauchen gar nicht zu reden. Wir brauchen gar nicht darüber zu reden. Wir reden auch darüber, ne? Ich habe das Gefühl gerade, ich bin vor Ort. Habt ihr auch so, wo der die ganze Zeit so erzählt hat? Das meine ich. Du hast wirklich dieses Gefühl, du bist vor Ort, du hast dir alles bildlich vorstellen können. Kamera vergessen. Weißt du, wo ich war? Ich war in so einer Wüste. Ich war in so einer Wüste. Ich war so bei Sand. Ich auch. Wüste. Sand. Kennst du den Film mit Afghanistan-Soldaten? Ja, genau so. Genau so. Krass. Einfach krass. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht los rum, sondern bitten den letzten Teilnehmer noch rein, ne? Zwei serbische Soldaten sind am Mittwoch südlich von Belgrad bei einer Bombenräumung ums Leben gekommen. Vor zwei Monaten waren bei einem ähnlichen Zwischenfall schon einmal zwei Männer tödlich verletzt worden. Dann fang mal an mit deiner Geschichte. Also ich heiße Dragomir, bin 26 Jahre alt und war bei den Checknits in Serbien. Es fing so an, ich wurde mit 13 abgeschoben mit meinem Vater, sind bei meiner Oma zugezogen und ich musste... Und er macht jetzt nicht die Zigarette an, ich schwöre, dass den Mikrofon hält er eins zu eins, als wäre das Feuerzeug, so. Irgendwie Geld anschaffen. Bin in der Stadt gegangen und hab gehofft, dass es mir anbietet, einen Job. Auf jeden Fall kam ein Mann zu mir und meinte zu mir, was ich überhaupt hier will. Zum Glück konnte er Deutsch und so haben wir miteinander gesprochen. Auf jeden Fall meinte er zu mir, raus, auf jeden Fall ist Bruder, es tut mir wirklich leid, aber du bist echt raus an der Stelle, man merkt es einfach. Ich sag doch, du hast davor jemanden gehört, der alles so perfekt erzählt hat wie möglich und wenn dann irgendjemand kommt so, Digga, der hat einfach keine Chance, weißt du, ich meine, du kannst ja den dann quasi von vorher nicht übertoppen. Entrumpelung, mein Keller und dann gebe ich dir was dafür. Bin da hingegangen, habe ich auch gemacht, ich war fertig. Er meinte, alles was drin ist, so Metall, Kupfer, konnte ich mitnehmen. Er war in einem Kartell und war der Chef davon. Die Czech Knicks, das sind serbische Nazis. Er meinte zu mir, ich habe einen Job für dich an der Grenze, was zu schmuggeln. Also wo warst du jetzt genau, in Deutschland oder in Serbien? In Serbien. Ich musste schmuggeln nach Serbien. Es fing an klein mit Zigaretten, dann hat er weitergeguckt, ob ich das überhaupt packe. Dann wurde es immer mehr ein Karton. Dann meinte er zu mir, okay, bist du bereit, dass du irgendwas anderes machst, dass du mehr verdienen willst. Ich meinte, okay, wieso nicht, weil ich wollte wieder nach Deutschland und ich wollte was erreichen. Dann fing es an mit Drogen, also Cannabis. Hab damit angefangen, hab das gleiche Prinzip gemacht, ich wurde gepackt. Von wem? Von der serbischen Polizei. So, war im Knast, mein Chef hat mich wieder freigekauft, weil er Beziehungen hatte. Nicht mit der Polizei, sondern mit einem Präsidenten. Also so wie der Bürgermeister. Dann meinte er zu mir, okay, willst du noch mit mir arbeiten oder nicht? Ich meinte, doch, okay, ich arbeite noch mit dir. Ich brauche Geld, sonst kann ich ja nicht überleben. Irgendwann wurde es immer krasser. Es fing an, dass man Leute klaut, also kleine Mädchen klaut und die weiterverkauft. Entführt, meinst du? Entführt. Bro. Dass man die entführt und weiterverkauft. Dann dachte ich mir, okay, was mache ich jetzt gerade? Aber okay, der hat mich ja aus der Patsche geholfen. Ja, trotzdem, Bruder, moralisch gesehen, kannst du doch nicht kleine Kinder entführen und sie verkaufen, Bruder. Als wäre das irgendwie so eine Banane, die du im Supermarkt klaust und verkaufst sie dann einfach, weißt du? Bro, das kannst du nicht machen. Allein da moralisch gesehen, hättest du einfach sagen müssen, stopp. Dann fing es an mit Organhandel. Herz, Leber. Es fing an mit Organhandel. Junge, Kinder zu klauen und zu verkaufen ist ja schon für mich Organhandel. Weil am Ende des Tages, was machen die Leute, die Kinder kaufen? Stellen die die Wohnzimmer auf und wie so Deko? Nein, da wird ja auch irgendwas gemacht. Schwungen, dass ich einen Menschen töte. Ich habe einen Menschen getötet. Zu was wurdest du verurteilt? Ich wurde nicht verurteilt. Du wurdest vor dem Mord noch nicht verurteilt? Nein, ich wurde gepackt, dass ich geschmuggelt. Du meinst, das ist dann schlau hier mitzumachen? Deswegen maskiere ich mich auch. Also ich kann ja jetzt jeder identifizieren. Du kannst nach so einem Typen, der davor geredet hat, nicht übertoppen, Bruder. Der hat das perfekt erzählt. Und der hat schon von Anfang an reingeschissen. Okay, aber ich habe eine andere Frisur und ich habe mich maskiert. Und außerdem hier habe ich Schutz. Du kannst doch abgeschoben werden. Ich kann nicht abgeschoben werden, weil ich möchte jetzt nicht diesen Grund sagen, wieso ich nicht abgeschoben werde. Ach, perfekt. Es ist klar, es ist nicht er. Gibt es keine Sicherheit. Warum habt ihr den überhaupt sitzen lassen? Einfach wieder aufstehen, Bro. Wir danken auch dir auf jeden Fall für die Geschichte. Dankeschön. War eine gute Message. Dann würde ich sagen, beraten wir uns kurz. Ich habe Angst gerade. Ich habe wirklich Angst, weil ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren werde, wenn er es nicht ist. Der Typ, der so lange geredet hat. Es war halbe Doku gerade, die wir uns angehört haben. Wenn er das nicht ist, auf Ernst, ich kriege einen Knacks. Also ich glaube, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es zu 100 Prozent der Terrorismus ist. Zu 100 Prozent. Das ist ja wirklich schon. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Nein, also wir brauchen gar nicht drüber nachdenken. Also erstens natürlich auch aus dem Grund, weil wir davor die Geschichte gehört haben. Aber selbst wenn die Geschichte davor nicht gewesen wäre, er hat sich so auch widersprochen. Und es hat alles so keinen Sinn gemacht. Lass einmal festhalten, für wen wir tippen. Was sagst du? Oder ich bin auf jeden Fall für den Dritten. Was sagst du? Million von Prozent, ich gehe mit denen. Was sagst du? Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Das kann nur er gewesen sein, ich schwöre. Wenn das nicht der Dritte ist, ich bin der ***. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht drüber reden. Also ich bin auch safe für den Dritten. Die Geschichte war krass. Wenn das jetzt wirklich nicht ist, dann hatten wir den krassesten Schauspieler überhaupt. Dann würde ich sagen, machen wir die Auflösung. Auf Ernst, wenn er das nicht ist, das ist Demütigung auf höchstem Niveau. Echte Terroristen müssen wir immer noch realisieren. Ex-Terrorist. Oder Ex-Terrorist. Oder das. Aber es ist einfach ein echter Terrorist. Das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. So früher, man hat nur Berichte gesehen, die sagt, jetzt haben wir hier einen echten Terroristen. Deswegen würde ich sagen, soll einmal der echte Terrorist sich hinsetzen und anfangen zu reden. Ich würde sagen, wir drehen uns auch einmal um. Und danach setze ich da richtig hin. Ich drehe dich auch um. Das kann nur eher sein. Ich schwöre, wenn ich so rückwirkend überlege, der letzte so oder so nicht. Also der hat umsonst Zugticket bezahlt vom Dinger. Das war richtig. Er hat nicht hingesetzt, er hätte eigentlich wieder aufstehen können. Bro, ich habe Angst. Ich habe auf Ernst Angst. Ich habe immer noch Angst. Die Bruder, er hat eh Maske getragen. Jetzt hat er Maske ausgesucht. Er denkt, ich kann erkennen ihn direkt. Das ist er, ne? Taker, Bro, ich habe es euch gesagt, Alter. Jetzt könnt ihr auch einen normalen Chat wieder anmachen. Bruder, ich gucke ihn mir an. Ich denke mir, Bruder, ich habe den einen noch mit Maske in Erinnerung. Weiß ich, ich meine, auf einmal kommt da jemand ohne Maske und ich denke mir, hä, wer ist das? Ich habe es euch gesagt. Also, Bruder, wenn der das nicht gewesen wäre, ich schwöre es euch, ohne groß zu reden. Bruder, Schauspielkunst, Überzeugungskunst, 100. Das war klar. Guck mal, wie krass schön diese Ausstrahlung. Auch krass, nochmal ohne Maske zu sehen. Ja, Mann. Erstmal Riesenrespekt für deine Geschichte. Krass, dass du hier mitgemacht hast. Ich denke mal, wir waren uns alle klar, dass deine Geschichte der Wahrheit entspricht. Und ich hoffe, dass die Zuschauer sich auch vieles mitnehmen können. Ja, falls ihr Interesse habt, ich habe meine Geschichte nochmal richtig ausführlich erzählt. Die könnt ihr bei Philipp Schlaffer gucken. Hier nochmal Grüße an Philipp. Ich habe, wie gesagt, vieles angeschnitten. Da hatte ich sechs, sieben Stunden Zeit, das zu erzählen. Das geht über mehrere Streams, wenn sich jemand meine Lebensgeschichte genauer angucken will. Ex-Rotlichtrocker auf YouTube. Und ja, ich hoffe, dass ich euch was Positives mitgeben kann, auch wenn es negativ behaftet ist. Das ist auch krass, weil wenn man dich jetzt so sieht, man würde dir das ja niemals so zutrauen. Er sieht aus wie ein ganz normaler. Oh, man sieht in seinen Augen, er hat vieles Interesse. Ja, aber so würde man es ja niemals, deswegen... So was nicht, ja. Schon echt, echt krass. Aber das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, es ist leider die Wahrheit. Es ist tatsächlich so, dass es heute noch unglaublich viele Konsequenzen gibt. Ich war zum Beispiel verheiratet, die Eltern dieser Frau haben mich nie akzeptiert. Muss man aber auch verstehen, Bruder, ich sage dir ehrlich, wenn du dir anguckst, okay, Ex-Terrorist oder was weiß ich was, natürlich will das die Familie der Frau dann nicht, weiß ich mein? Bruder, wer will das denn in Anführungszeichen? Ich fand auch oft zwischen uns meine Geschichte. Ich habe ihr meine Geschichte nach dem zweiten Date erzählt. Es gibt immer noch von ganz vielen Seiten Gegenwind. Ich als Mensch werde nicht von jedem akzeptiert und das ist auch okay so. Respektiere ich. Ich lasse halt nicht zu, dass man mich angreift, aber ich respektiere es. Krass. Krass. Bravo. Danke. Sonst, man hat gar keinen Bezug dazu, weiß und jetzt ist einfach, es ist halt eine Geschichte, die traurig ist. Genau, traurig, aber leider sehr häufig. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie ich und ich kenne teilweise auch Hinterbliebene von Menschen aus Syrien, die nicht zurückgekommen sind, ihre Eltern. Wenn man so eine Entscheidung trifft, ob es jetzt die Jamwa ist, ob es jetzt die PKK ist oder sonst irgendeine andere Terrorgruppe. Man nimmt seine Familie mit, man nimmt seine Freunde mit. Man kann so oft sagen, wie man will. Man hat mir vergeben, man hat mir verziehen, aber irgendwo bleibt es. Und wenn es bei den Menschen vergessen ist, passt. Aber bei mir wird es nicht vergessen sein. Heute Abend werde ich zum Beispiel nach Hause gehen. Einiges wird wieder hochkommen. Es dauert jetzt wieder ein paar Tage, bis ich wieder der Alte bin. Ich bin jetzt das zweite Mal bei jemandem zu Gast. Das bist du. Krass. Und dich habe ich ausgewählt, weil ich denke, dass die Menschen, die mir zugucken, gerade in dem Alter sind, wo die vielleicht eventuell solche Entscheidungen treffen könnten. Und da denke ich, bist du der Richtige, um dieses Publikum zu erreichen. Und nein, ich danke dir dafür, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Boah, stabiler Typ, der ja alle. Also im Sinne von, wie er sich artikuliert, wie er drauf ist. Dass er am Ende des Tages jetzt hier hinkommt und sagt, ey, so und so. Ich hoffe, ihr könnt das mitnehmen. Danke, Herr Mann. Es ist so, man ist in einer Dynamik gefangen. Diese Dynamik kann man wirklich nicht kontrollieren. Es wird von anderen Menschen kontrolliert. Man ist als Mensch nichts mehr wert, theoretisch gesehen. Man ist sowas wie eine Nummer, eine Zahl, eine Kampfkraft. Das war meine Geschichte. Umso mehr ich versucht habe, mich aus dieser Situation zu winden, zurückzugehen zu meiner Mutter, auch wenn es nur das letzte Mal ist. Und ich habe an diese Sache geglaubt. Es ist ja nicht so, dass ich nicht an diese Sache geglaubt habe. Umso tiefer bin ich reingekommen. Und ich konnte nichts dagegen tun. Bei mir war damals zum Beispiel, die YouTube-Videos haben mich recht radikalisiert. Die haben mich heiß gemacht. Ich habe gesehen, wie die kämpfen und stürmen und tun und lassen geile Leute und ass. Das ist ja das Ding. Die Beeinflussung ist so oft einfach nah an uns dran, wo wir uns denken, ey, die ist nicht nah an uns dran. Weißt du, obwohl die Beeinflussung einfach oder so viele Faktoren einfach näher dran sind, als wir denken. Auch Social Media ist eine krasse Beeinflussung. Das ist eine krasse Beeinflussung. Dies ist eine krasse Beeinflussung. Man muss einfach in der Perspektive klar denken, Digga, und sich denken, ey, ich überlege, bevor ich was mache. Ich überlege ein zweites oder drittes Mal, bevor ich etwas mache. Der kriegt es voll ab, aber wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Video anzugucken ist etwas und in diesem Video zu sein. 360 Grad, man spürt den Schutt unter seinen Schuhen, man riecht den Staub und das Feuer in der Luft. Und das haben die... Das ist das Ding, guck mal, ich sag dir so. Er hat es erzählt, wir haben es gefühlt. Wir haben uns vorgestellt, wie das ist. Aber das, was wir gefühlt haben, war vielleicht nur ein Bruchteil von dem, was er gefühlt hat in dem Moment, weiß ich mein. Ich habe euch zum Beispiel auch, ein ganz dummes Beispiel, ich habe euch ja auch erzählt gehabt mit Tschechien, als das passiert ist, wo der Typ mit einer Pistole auf uns zugekommen ist. Bruder, ich habe euch erzählt, war ekelhaft. Ihr habt das gefühlt, aber ihr habt das nur ein Bruchteil gefühlt von dem, was ich gefühlt habe. Weißt du, das kannst du mit dem gar nicht vergleichen, Chat. Das ist ein ganz dummes Beispiel. Aber damit will ich nur sagen, wenn es zum Tod geht, wenn du kurz vorm Tod bist, das fühlt sich alles so langsam an. Weißt du, ich mein, zum Beispiel die Situation in Tschechien hat sich angefühlt, als wären das fünf Minuten gewesen. Obwohl das einfach im Schnitt nur eine Minute war. Das war eine Minute, aber es hat sich so lang angefühlt, weil du im Moment einfach nur denkst, Bro, was passiert dir, dir gehen so viele Sachen durch den Kopf, weißt du. Und was ihm passiert ist, das ist das Dreitausendfache. Er hat gesagt, er ist neues Cape, also es gibt keinen Ausgang. Keine Flucht. Keine Flucht. Aber auch eine Sache muss ich sagen, ich habe mir dieses Schicksal selber gewählt. Kein Mensch hat mich gezwungen. Ich habe mich selber dafür entschieden. Du hast ja jetzt selber eine Gehirnwäsche gemacht. Nee, ich habe akzeptiert, dass man mit mir eine Gehirnwäsche macht. Also das heißt, ich hätte eigentlich... Du hast es zugelassen. Ich habe es zugelassen. Ich habe es willkommen zugelassen. Ich wollte es. Ich habe mich bestätigt gefühlt mit dem, was ich früher immer gedacht habe. Was man nicht vergessen darf, jetzt klärst du auf, wirkst Positives. Ich hoffe. Und ich denke, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schritt. Vor allem das Ding ist auch, es ist ja wirklich so, es wird nie positiv enden, wenn du dich entscheidest, so etwas zu tun. Also es kann nie positiv enden. Richtig. Du stirbst oder du landest im Knast. Also ich kann mir sowieso nicht vorstellen, brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht drüber zu reden, dass man ins Paradies kommt, wenn man sich endgültig dafür entscheidet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man ins Paradies kommt, wenn man drüber nachdenkt und dann versucht, Positives zu bewirken, so wie du es gerade tust. Versuch mal doch einfach mal, das, was kommt, einfach mal wegzutun und im Jetzt zu leben. Lass mich doch heute mein Leben zum Paradies machen, soweit ich kann. Lass mich meine Lieben, soweit ich kann, trösten und zu schätzen wissen, was ich eigentlich habe. Und wie gesagt, man nimmt seine Familie und seine Freunde mit, ob man will oder nicht. Das ist, wenn man sich selber scheißegal ist, passt, ist halt so. Aber schade nicht noch den Menschen, die dich eigentlich lieben. Sehr gutes Abschluss. War da starker Typ, starker Typ. Boah, an der Stelle nochmal, ey. Krass. Also ich bin immer noch geflasht, ich denke mal, wir hatten alle Gänsehaut. Ja. Ohne Spaß. Wollen wir vielleicht nochmal alle Kandidaten rein, bitte? Ja, genau. Jungs, das wäre Ayip, Junge, der hat doch krass eine Story erzählt. Der letzte braucht gar nicht aufs Bild kommen, Bruder, der ist verkackt. Auch die anderen Schauspieler, da sind doch unsere Schauspieler. Ist von euch irgendwas wahr gewesen? Also von meiner Geschichte war 90% wahr. Hast du gesehen? Wie 90% wahr? Voila. Es war halt nur erfunden, das mit dem Anschlag und ja. Also du warst kein Terrorist, aber... Nein. Was, krass, hä? Hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Man hat das gemerkt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich bin wirklich damals abgeschoben worden und habe im Kosovo gelebt, gehöre auch zur Roma-Community. Krass. Und ja, bin dann auch... Eine Frage, waren deine Tränen echt oder hast du das extra gemacht? Natürlich waren die echt. Ja, die waren echt, weil das dann... Deswegen... Und ich dachte, die ganze Zeit, was für ein krasser Schauspieler. Nein, also ich habe da von der Zeitspanne zwischen 10 und 15 das alles erlebt und ich bin auch selber, auch alleine, habe ich mir einen Weg gemacht, von Kosovo nach Deutschland wieder herzukommen. Das heißt, es war einfach nicht... Ich war auch in Ungarn im Knast. Ich habe das gar nicht noch klar. Hab deine Geschichte voll vergessen. Wahler, ich habe von jedem die Geschichte vergessen, außer von dem dritten. Das ist mir wirklich passiert, außer das mit dem Terrorismus halt. Wenn ich was dazu sage, dann ist das echt ein Geschock. Sag du mal. Jetzt, 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 jetzt. Wenn deine Geschichte jetzt wahr ist, dann... So, erstmal, die Geschichte ist nicht wahr. Echt? Bro, ich war fast darauf hingefallen. Ja, okay. Aber, ähm, seine Geschichte... Ich bin der Bruder. Ach, krass. Wow! Du bist... Von ihm? Ja, ich bin der ältere Bruder. Von wem? Der ist der Bruder von dem und er hat gesagt, erzählt von ihm... Richtig. Er jünger ist. Richtig. Er ist der ältere. Also das, was wir erlebt haben mit Abschiebung und so alles, das stimmt. Alles, was er gesagt hat mit der Abschiebung und was wir da erlebt haben, außer mit diesen Anschluss... Ach komm, Frederik, zieh doch einfach mal die Maske ab. Googelt unser Name, dann könnt ihr unsere ganze Geschichte wissen. War noch nie in Chat, Nick. Und ich bin auch kein Hater. Und, ähm, seid immer gut zu den Leuten. Vergiss das nicht. Warum lachst du? Bro, ich hab von A bis Z irgendeinen Scheiß gelabert. Ich wollte jetzt nicht wie Al-Qaida irgendwas sagen, was jetzt zu auffällig wäre. Ich dachte mir, vielleicht macht das bisschen Sinn. Hab irgendeinen Scheiß gelabert. Broder, ihr musstet lachen, ich musste die ganze Zeit auch lachen. Ich kenn nicht einen Armenier, ich hab irgendwas gelabert, keine Ahnung. Aber bist du selbst Armenier? Broder, ich bin Türke. Ey, warte, eine Frage. Krass. Aber dafür, dafür hast du es sehr stark gemacht. Broder, ich hab auf YouTube so ne Doku gesehen über Armenier. Ich hab das kurz angeguckt gehabt. Da sag ich mir, okay, kein Rassismus gibt. Einfach wie in der Schule, ich schwöre es dir. Er hat sich einfach davor die Zusammenfassung gegeben, um quasi einfach die Arbeit zu schreiben. Anderen Ethnen und sowas. Das war ernst gemeint, ja. Generell, es gibt manche Leute, die kriegen Rassismus ab, nur aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft. Ey, 100%. Wenn du ein guter Mensch bist, dann hast du auch das Recht, für ein guter Mensch behandelt zu werden, weißt du, was ich mein? Das ist das Wichtigste. Aber der Rest war komplett gelungen. Safe. Die Message ist heute eins. Ein spezieller Lob geht an meinen besten Freund Toni. Ich danke dir. Toni hat mich wirklich fünf Jahre lang therapiert, dass ich mich irgendwann mal getraut habe, auch dann offen zu sprechen. Er saß wirklich stundenlang mit mir und hat gesagt, Isi, du musst da raus, du musst deine Geschichte erzählen, du musst aufklären. Er hat immer an mich geglaubt. Und deswegen, er ist auch YouTuber, T-N-G-Y. Ganz tolle Grüße und danke dir Toni. Du hast was gemacht. Guter Mann Toni. Ja, eigentlich hat schon mein Bruder das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich mache halt TikTok auf. Ich heiße Anais-Baby. Kannst du singen? Nein, aber ich mache Rap. Kannst kurz was, keine Spoiler? Alter. Das ist mal das unangenehmste, Digga. Wie oft habe ich das, Digga, wenn irgendwelche Leute zu mir kommen, Ey Bruder, pflax dir mal kurz. Wo ich mir denke, Bruder, mach doch nicht so. Das ist alles spontan. Weiß ich meine, das kommt. Es ist nicht wie ein Knopf, Digga. Du drückst da rauf und dann kommt so, weißt du. Das ist das unangenehmste, was du machen kannst. Auch bei einem Rapper, dass du sagst, ey rap mal kurz. Oder bei einem Schauspiel, ey, pfeil mal auf den Boden und Wein. Zu meiner Verteidigung. Ich habe jetzt seit 36 Stunden nicht geschlafen. Ah, okay. Hätte jetzt wenigstens gesagt, irgendwie, keine Ahnung, Digga. Meine Stimmbänder wurden operiert oder was weiß ich. Wie Dolisha das gesagt hat. Dann hätte ich es verstanden. Aber Bruder, seit 36 Stunden nicht geschlafen. Bruder, hast du dir eine Story erzählt. Ein 16er kicken kann doch jeder. Mein Sohn hatte ich eine Feier. Mein Bruder ist spontan gekommen. Dann habe ich ihn mitgenommen. Und so ist die ganze Sache halt hier dann passiert. Sehr stark. Richtig stark. Ich hätte echt nicht gedacht, das ist deine Story. Dennis Kick 16er. Ihr wisst, ich hätte gemacht, aber ich war noch nicht beim Friseur. Deswegen kann ich das nicht machen. Ehrlich, also wie gesagt, meinen Weg, den habe ich wirklich alleine gemacht. Und wirklich von Kosovo nach Ungarn erst mal angekommen. Und dann war ich da auch wirklich aber auch im Knast. Dann gab es so Verhandlungen mit Deutschland. Und da gab es so einen sogenannten Asyltransfer. Und so bin ich dann wieder hergekommen halt. Heftig. Ja, auf jeden Fall alles krasse Geschichten gewesen. Ich hoffe, dass die Geschichten natürlich auch zur Aufklärung gehen. Das haben wir jetzt durch das Video geschafft. Also ich würde sagen, zum Thema Aufklärung. Ich glaube, anderthalb Stunden fast haben wir uns auf jeden Fall gut aufgeklärt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Reaction geht. Aber wie gesagt, das gucken sich auf jeden Fall die Leute an, die Zeit haben. Würde ich an deiner Stelle sagen. Einfach wie ein Vortrag kassiert, Digga. Auf Ernst. Ein ganzer Vortrag. Mit Einleitung. Alles war drin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.